Freust du dich schon aufs Wochenende? Ich freue mich sehr aufs Wochenende. Wieso? Was machst du denn, Adrian? Also ich bin in Berlin am Wochenende. Was machst du denn, Christoph? Ich bin auch in Berlin. Ja, so ein Zufall. Treffen wir uns. Ja, dann sollten wir unbedingt arrangieren. Verrückt. Ja, da kriegen wir bestimmt was hin. Vielleicht bei einem Event von einer Firma, die mit D anfängt und mit DAZN aufhört. Vielleicht, vielleicht. Also wir sind beide beim Kick-Off-Event von DAZN in Berlin am Sonntag. Vielleicht ist ja sogar ein Hörer irgendwie da oder ist da irgendwie mit dabei oder was weiß ich. Kann uns natürlich sehr gerne ansprechen. Ja. Und dann verbringen wir mal ein schönes Wochenende in der Hauptstadt. Wir arbeiten halt quasi durch. Wir arbeiten durch, aber es ist ja auch ein bisschen Spaß. Also wir gucken mit vielen Leuten zusammen Football Sonntagabend. Das stimmt, ja. Wir werden Sonntag tagsüber tatsächlich noch ein bisschen arbeiten. Aber Montag habe ich mir freigenommen. Weise. Oder? Der offizielle NFL-Podcast von DAZN und SPOX. Mein Name ist Christoph Kröger und mir aus Mannheim zugeschaltet ist wie immer Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Woche 1. Es geht endlich wieder los in der NFL. Die hundertste NFL-Saison startet heute Nacht, wenn ihr das am Donnerstag noch hört. Diese Folge. Die zweite Saison für Downset Talk für uns als Podcast. Das Ganze startet mit einer prestigeträchtigen Begegnung. Chicago Bears gegen Green Bay Packers. Was ist denn ... Ich fall direkt mal so mit der Tür ins Haus. Was ist dein Tipp? Das ist gut, dass ich es jetzt schon machen musste, weil ich musste ja heute meine Tipps einreichen für meine Spocks Predictions, Week 1 Predictions. Und das ist das Spiel, was ich als allerletztes getippt habe, was ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Also ich habe im Endeffekt dann mit einem Punkt Vorsprung auf die Packers getippt. Aber das war eine reine Bauchgefühl-Geschichte. Also ich habe wirklich, wirklich keine Ahnung, was uns in dem Spiel rein sportlich gesehen erwartet. Ich finde es auch spannender, als es so bei manchen Wettanbietern gehandelt wird. Die Bär sind ziemlich favorisiert, habe ich größtenteils gesehen. Ja. Aber apropos Tipp. Tippspiel. Es gibt wieder ein Downset Talk-Tippspiel. Nicht bei Kick-Tipp oder so ein Quatsch. Also nicht bei einer Plattform, wo das Ganze nicht auf Football, auf NFL ausgelegt ist und man am besten noch irgendwie das genaue Ergebnis treffen soll. Keine Ahnung. Aber auch nicht wie letztes Jahr bei NFL.com, weil dieses Weekly Pick'em, was ich eigentlich ganz cool fand, gibt es scheinbar nicht mehr. Ja, das gibt es tatsächlich nicht mehr. Die haben das wohl wirklich abgeschafft. Ich habe keine Ahnung, wieso, weil das meines Erachtens nach ja sehr, sehr gut genutzt wurde. Aber gibt es leider nicht mehr. Wir sind gewechselt zu ESPN. Wie finde ich da die Downset Talk-Tipp-Gruppe und wie komme ich da rein? Also entweder eben einfach, wenn ihr bei ESPN, bei dem Fantasy Weekly Pick'em Bereich seid, dann da einfach Downset Talk suchen. Dann werdet ihr es finden. Also die Gruppe heißt Downset Talk Pick'em, glaube ich. Also mit Downset Talk werdet ihr es finden. Das Passwort heißt Tippspiel. Und wer es ganz einfach machen will, der geht einfach auf unseren Twitter-Kanal, Downset Talk Twitter. Da ist der Link, irgendeiner der letzten Posts wird es sein. Und da könnt ihr einfach auf den Link klicken und dann seid ihr direkt in der Gruppe. Müsst ihr euch dann nur noch mit dem Passwort anmelden. Braucht man einen ESPN-Account? Braucht man, der ist aber kostenlos. Also das ist der gleiche Account, den man sich auch macht, wenn man auf ESPN Fantasy Football spielt. Das tun wir und zwar mit unserer Hörer-Liga. Und da hatten wir jetzt am Montag unseren Draft. Den haben wir live gestreamt auf unserem YouTube-Channel. Das Ganze gibt es auch noch als Real Life. Also viele haben mir geschrieben, ich habe parallel meinen eigenen Draft. Ich kann euch nicht zugucken, dann komme ich durcheinander. Kann man sich auch noch mal im Nachhinein anschauen. Bis heute solltet ihr aber mit eurer Liga gedraftet haben. Sonst wird es ein bisschen spät. Wobei ich auch immer, ich kenne auch immer wieder Ligen, die tatsächlich dann so drei Stunden vor Kick-Off des ersten Spiels draften. Ja, das ist auch spannend. Das kann man natürlich auch noch machen, Donnerstagabend. Wird jetzt natürlich, perfekte Überleitung, würde ja bei einigen Running-Backs nochmal ein bisschen was ändern vielleicht. Damit kommen wir zu den News. Nicht schlecht, nicht schlecht. News aus der NFL. Ei, ei, ei. Ei, das war eine ereignisreiche Woche. Das waren ereignisreiche Tage. Und es waren auch, es war in den letzten Stunden auch sehr ereignisreich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich Adrian Franke schon wieder einigermaßen beruhigt hat. Aber Ezekiel Elliott hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Einen Sechs-Jahres-Vertrag über 90 Millionen Dollar. 50 davon garantiert, das sind 15 Millionen im Jahr. Er ist damit der bestbezahlte Running-Back der Liga. Ka-Ching. Ja, warum tut man mir das an, Christoph? Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie witzig tatsächlich. Ich sage gleich, was ich davon halte, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen lustig. Es ist auf eine tragische Art und Weise irgendwie lustig. Also die Zahlen gingen ja schon am Dienstagabend rum. Da hatten wir uns schon mal kurz so ausgetauscht von wegen, das wäre natürlich ziemlich absurd. Und ich dachte auch ehrlicherweise noch am Dienstagabend, dass das vielleicht von irgendeinem Berater durchgegeben wurde, wie das ja so läuft in diesen Verhandlungen, dass man dann irgendwie im Nachhinein zeigen kann, man ist dem Team entgegengekommen oder was weiß ich was. Da wird ja immer wieder alles Mögliche an die Presse auch absichtlich geleakt. Dass das wirklich der Wahrheit entspricht, habe ich nicht gedacht. Also wir reden da, du hast ja die groben Zahlen schon gesagt, sechs Jahre eben und 50 Millionen garantiert. Und das heißt jetzt, Ezekiel Elliott hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Die haben den jetzt einfach mal für die nächsten acht Jahre, auch wenn sie sicher natürlich irgendwann wahrscheinlich in vier, fünf Jahren raus können aus dem Vertrag, einigermaßen vernünftig. Aber sie haben einfach einen Running Back für die nächsten acht Jahre an sich gebunden. Und das alleine ist auf die Position betrachtet schon kompletter Wahnsinn. Weil wir alle wissen, wie verletzungsproblematisch diese Position ist, wie viele Carries Ezekiel Elliott vor allem jetzt schon hatte in seiner NFL-Saison bisher. Karriere meinst du? Bitte? Karriere meinst du? Genau, in seiner NFL-Karriere, genau. Für mich ist es aus Cowboys-Sicht einfach in dem Ausmaß, in dem es jetzt passiert ist, ein riesiger Fehler, der sich, glaube ich, der die Cowboys cap-technisch auch in massive Schwierigkeiten bringen wird. Sie haben ja nun mal eben diese Offensive Line, in der sie auch gerade noch ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher mit Lyle Collins verlängert haben. Und in dieser Offensive Line steckt ja schon wahnsinnig viel Geld drin. Ich verstehe eigentlich, wie man die vergangene Saison sehen kann, in der die Rams Todd Gurley, den bestbezahlten Running Back der Liga bisher, verlieren und buchstäblich C.J. Anderson aus der Arbeitslosigkeit holen. In der Offensive merkt man quasi keinen Unterschied deswegen. Ich verstehe nicht, wie man dann zu dem Entschluss kommen kann, zu sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, wir sollten unserem Running Back noch mehr bezahlen als Todd Gurley. Und ihr kennt meine Sichtweise, wer den Podcast jetzt schon länger hört, dass für mich der Running Back eine relativ austauschbare Position ist, weil er von extremen, weil extrem von diversen Faktoren um sich herum abhängig ist. Elliott ist in den Bereichen, die einen Running Back individuell auszeichnen, also natürlich gibt es auch Unterschiede und gerade sowas wie Yards nach Kontakt ist so ein Punkt zum Beispiel, da ist er ja gar nicht so gut, da ist er eher so oberer Durchschnitt. Er ist halt ein Volume Back, der den Ball unfassbar oft bekommt und deswegen auch gute Total Stats auflegt und es ist sicher auch eine Qualität irgendwo mit so einer Volume immer noch einigermaßen konstante Zahlen auflegen zu können. Aber für mich bleibt es dabei und wir hatten die Frage ja in der Mailbag-Folge auch, ich hätte anstelle der Cowboys hier knallhart verhandelt, ich hätte ihm jetzt noch mit dem eben noch zwei Jahren Restvertrag, hätte ich definitiv jetzt nicht zu diesen Konditionen mit ihm verlängert, auf keinen Fall. Und erst mal dann geschaut, wie die Offense so ohne Sieg aussieht, ihn ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber eigentlich im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, war es klar, dass Jerry Jones nicht ohne Ezekiel Elliott in die Saison gehen wird und dass er ihn am Ende bezahlt. Ich, ehrlicherweise kann es diesen Schritt jetzt so nicht nachvollziehen, wenn man die NFL in den letzten fünf Jahren betrachtet und vor allem eben die Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren gewonnen haben. Ja, Glückwunsch an Ezekiel Elliott auf jeden Fall an dieser Stelle, dass er das nach den ganzen Vorkommissen noch so einen Vertrag rausgekloppt hat, beziehungsweise die Berater so einen Vertrag rausgekloppt haben. Was uns ja auch zeigt, dass die Cowboys Scheiße gelabert haben. Ja, das zum einen und dass sie ja auch letztlich jetzt hier komplett eingeknickt sind, was natürlich zu die spannende Frage aufwirft, warum hat das so lange gedauert? Also wenn sie bereit sind, so einen Vertrag rauszuhauen, das hätte man wahrscheinlich auch schon vor drei Monaten machen können. Keine Ahnung, ob da im Endeffekt noch dann Jerry Jones jetzt ein Machwort gesprochen hat oder wie das ablief. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Ezekiel Elliott bei so einem Angebot lange gezögert hätte, wenn er das vor zwei Monaten gekriegt hätte. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand denkt von unseren Hörern. Ich will es aber trotzdem an dieser Stelle nochmal unterstreichen, auch wenn ich in der letzten Folge ja auch schon was dazu gesagt habe. Es ist nicht so, dass ich das für eine gute Entscheidung halte. Das möchte ich hier nochmal bezonen. Ich glaube einfach nur, dass ich, also ich bin deutlich bereitwilliger, einem Running Back wie Ezekiel Elliott mehr Geld zu zahlen als du, deutlich mehr Geld zu zahlen als du. Und ich habe mal eine ganz fiese, ich habe ein, zwei Vergleiche für dich. Die sind ein bisschen fies, aber ich möchte mal deine Einschätzung hören. Welcher Spieler, glaubst du, hat mehr Einfluss auf das Ergebnis seines Teams? Sammy Watkins oder Sieg Elliott? Sammy Watkins oder Sieg Elliott? Nur einen Namen will ich hören. Ich würde sagen, kann Einfluss auch negativer Einfluss sein? Oder willst du wissen, wer trägt mehr, wer das Team gewinnt? Für das Team. Dann glaube ich, dass das Sammy Watkins ist. Okay. Gino Atkins oder Sieg Elliott? Gino Atkins. Trenton Brown, der Offensive Tackle oder Sieg Elliott? Trenton Brown bei den Patriots oder bei den Raiders? Bei den Raiders, weil die zahlen ihm mehr Geld als Sieg Elliott. Ja, da passe ich. Also wahrscheinlich ist es Trenton Brown, aber vom Value der Position her ist es Trenton Brown. Vom Value der Position, aber das dürfen wir ja jetzt nicht, es geht ja wirklich um den individuellen Spieler. Also, das waren alles Spieler, die ähnlich oder mehr verdienen als Sieg Elliott. Und ich finde es, ja, es ist ein bisschen zu viel. Ja, also was das Durchschnittsjahresgehalt angeht. Finde ich auch ein bisschen viel. Allerdings hätte ich auch versucht, einen Sieg Elliott zu halten, weil ich einfach der Meinung bin, es macht eine Offense deutlich stärker, als wenn du das mit zum Beispiel einem Alfred Morris und einem Tully Pollard löst. Bin ich immer noch davon überzeugt. Und das ist ja quasi der Punkt, an dem wir dann auseinander gehen, wo wir anderer Meinung sind. Ich glaube halt, dass die Offense nicht bedeutend schlechter ausgesehen hätte, wenn sie jetzt mit Morris und Tony Pollard in die Saison gegangen wären. Wer da wirklich sich mal reinlesen will, ich habe auf Twitter einen kleinen Thread angelegt, wo man im Prinzip so vier, fünf Artikel lesen kann. Es ist jetzt alles auf Englisch, nur das dazu. Aber da wird im Prinzip genau diese verschiedenen Aspekte eben erklärt, wieso es eigentlich kein Argument dafür gibt, Ezekiel Elliott also so zu halten, schon mal sowieso nicht. Aber warum auch Ezekiel Elliott ein Running Back ist, der halt eben, wie gesagt, über eine wahnsinnige Volume kommt, von seinem individuellen Impact auf das Spiel her aber trotzdem relativ Austauschpreis. Und die anderen Faktoren halt eben, gerade die Offensive Line und die Umstände sozusagen in Dallas, die sind halt ideal für ihn. Also Umstände im Sinne von auch, was er eben einfach an Carries bekommt, weil er letztes Jahr auch, ich glaube, über 40 Carries mehr als Barkley, der der Zweitplatzierte war. Insofern ist Ezekiel Elliott ist für mich halt wirklich ein Volume-Spieler, wo ich aber glaube, dass die individuelle Production, gerade wenn wir es eben auf eine pro Spiel, pro Snap, pro Run, pro Touch Basis umrechnen, dass du die auch anders und viel, 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 viel günstiger hättest haben können. Also ich hätte als GM nicht so viel gezahlt, vor allem in der Situation der Cowboys, einfach um versuchen zu können, in die breite Masse des Rosters zu investieren. Und du hast es schon angesprochen und das ist für mich auch der wichtigste Punkt eigentlich, in dieser Situation so viel zu zahlen für einen Running Back. Auch wenn es Ezekiel Elliott ist, wo wir, glaube ich, auch noch eine kleine Differenz haben, wie wir ihn individuell bewerten, weil ich finde ihn wirklich auch halt individuell, gehört er für mich in die oberste Riege an Running Backs. Und ich finde es nicht so mega, mega absurd, wie du einem wirklichen Workhorse, Workhorse, Three Down Back 15 Millionen im Jahr zu zahlen. Wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Was ich aber viel, viel kritischer sehe und wahrscheinlich ähnlich kritisch wie du, ist die Länge und die garantierten Zahlungen im Vertrag für einen Running Back, weil der, er ist zwar derjenige, der ganz, ganz oft den Ball in die Hand bekommt, ich bin der Meinung, der mit dem Ball in der Hand kann immer noch individuell sehr viel ausrichten. Trotzdem ist das die Position, die am härtesten ist. Du läufst immer wieder gegen eine Wand, die ist am Verletzungsfördern, also die, ja, die ist verletzungsfördern, die Position, so kann man es sagen. Und so einer Position über einen so langen Zeitraum so viel Geld zu zahlen, wie gesagt, acht Jahre, das sehe ich ganz kritisch. Ja, ich würde mal vermuten, ich meine, wir kennen jetzt die Details natürlich noch nicht, das ist jetzt gerade vor ein paar Stunden erst passiert, würde wie gesagt vermuten, dass sie da irgendwie nach vier, fünf Jahren vielleicht dann vernünftig raus können, was den Dead Cap angeht. Aber selbst das ist halt massig und diese Garantien, die bleiben ja trotzdem. Also wenn sie dann, wenn halt nach fünf Jahren raus können, dann haben sie eben trotzdem 50 Millionen garantiert plus X bezahlt. Ja, und das finde ich schwierig. Ich finde gar nicht mal das Durchschnittsgehalt so wahnsinnig schlimm. Ja, ist jetzt vielleicht ein paar Millionen zu hoch. Trotzdem, wenn man sieht, was andere Teams anderen Spielern zahlen, auch wenn Trenton Brown vielleicht eine individuelle oder eine, ja, wichtigere Position spielt, ist er meiner Meinung nach nicht der Spieler in seiner Positionsgruppe, nicht auf dem Niveau wie ein Sieg Elliott in seiner Positionsgruppe. Also da, das finde ich, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Das Problem ist ja dann eben wieder, Left Tackles, Offensive Tackles, gibt's halt nicht viele, die überhaupt so ein gewisses, gewisses Level quasi überspringen. Running Backs, gibt's halt viele. Wir kommen zum nächsten Vertrag. Es hat nämlich nochmal ordentlich Katsching gemacht. Die Rams haben nämlich mit ihrem Quarterback verlängert, mit Jad Goff und auch der ist, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt der bestbezahlte Quarterback der Liga. Ähm, also nicht ganz, nicht was das Durchschnittsgehalt angeht, aber die Garantien sind der neue Bestwert. Genau, 110 Millionen garantiert. Ähm, ich finde das unterm Strich, ehrlich gesagt, einen relativ guten Deal für alle Beteiligten. So mein, so mein Gefühl dabei. Also erst natürlich, klar, 110 Millionen garantiert sind, sind ein ziemliches Brett. Das ist ganz klar. Aber da wurde ich dann auch auf Twitter völlig zu Recht drauf hingewiesen, dass Garantien eben bei diesen Verträgen, junger Quarterback kriegt seinen, seinen ersten Vertrag nach dem Rookie-Vertrag, eben im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Positionen, dass die Garantien tatsächlich gar nicht so wichtig sind, weil wir ja eigentlich alle davon ausgehen, dass Jared Goff diesen Vertrag auch erfüllt. Also es würde uns jetzt ja wundern, wenn Jared Goff in drei Jahren entlassen werden würde bei den Rams. Das haben die Colts auch gedacht. Gut, das stimmt. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ähm, vom Durchschnittsgehalt her ist jetzt der neue Part des Vertrags, also die Vertragsverlängerung, die ja erst ab 2021 greift, also hat er auch noch jetzt die nächsten beiden Jahre im Vertrag, ist schon heute Top 5, aber ähnlich wie eben bei Carson Wentz, wo ja die Situation ganz ähnlich ist, auch erst ab 2021 dann der neue Vertrag greift, wird sich das ja relativieren bis dahin. Also bis in zwei Jahren werden ja wieder ganz andere Quarterback-Verträge rausgegeben sein. Bis dahin hat Patrick Mahomes wahrscheinlich seinen Vertrag, der alles in den Schatten stellen wird. In der Summe für mich ist es, wenn wir jetzt auf diese Verlängerung schauen, die ab in zwei Jahren zählt, ist es ein solider Vertrag, wenn wir die Position bedenken, aus Teams-Sicht für einen soliden Quarterback. Ich glaube, wir haben jetzt schon länger gar nicht mehr so wirklich über Jared Goff gesprochen. Ich sehe ihn ja eben als einen guten Quarterback, der vielleicht nie in diese Elite-Gruppe kommen wird, aber der eben Jahr für Jahr irgendwo um Platz 10 bis 12 unter Quarterbacks sein kann. Und das hat auf jeden Fall einen Wert, überhaupt keine Frage. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, aber für mich passt dieser Vertrag eigentlich für beide Seiten ähnlich wie bei der Carson Wentz-Sache. Ja, ich habe das mir auch kurz durchgelesen, habe gedacht, ja, kann man machen, müssen die Rams auch machen, weil ich habe dann auch manche Meinungen auf Twitter gelesen, öh, Jared Goff ist niemals so gut, jetzt irgendwie so viel Geld zu verdienen. Denn, naja, du musst halt gucken, was ist die Alternative? Wie schnell, wie einfach und für wie viel Geld würdest du denn einen Quarterback auf dem Niveau von Jared Goff bekommen? Das ist der Problem, ja. Der, wie ich auch finde, nicht zur Elite gehört, aber er ist offensichtlich gut genug, eine Offense wie diese unter einem Coach wie diesem in den Superbowl zu führen. Ja, ja. Und er hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele verloren. Ja, im Superbowl, das war vielleicht noch eine Nummer zu groß für ihn und das ganze Team und offensichtlich auch für den Coach. Aber warum nicht mit diesem Quarterback nicht für diesen Preis verlängern? Ja, also für mich, wie gesagt, macht das für alle Beteiligten Sinn. Was ja dann so die Kritik ist, die dann so mitschwingt, wenn man eben sagt, das ist Geld nicht wert, man sollte ihm nicht so viel bezahlen, ist ja immer eben dieses, das war eigentlich viel mehr Sean McVay, der halt Jared Goff ins Ohr flüstert noch bis kurz vorm Snap, dann was er achten soll und das ist halt die Offense, die Sean McVay entworfen hat und eigentlich ist das alles sein. Ja, Jared Goff hat sie nicht entworfen, das stimmt. Genau, und das ist alles sein Baby und das ist alles McVay zuzuordnen. Fair und McVay gehört für mich auch jetzt schon um die, zu den aktuell, zu den Top 5 Offense Coaches in der NFL. Ähm, aber du brauchst halt auch einen Quarterback, der das umsetzen kann. Und das hat Jared Goff für mich letztes Jahr gezeigt, dass er das konnte. Und er hat jetzt eben nicht viele Spiele gehabt, wo er, wo ich wirklich gesagt habe, okay, da ist jetzt wirklich, da war er so der entscheidende Faktor, der über das Scheme hinausgegangen ist. Ähm, ich erinnere mich an das Vikings-Spiel, das war, glaube ich, eins, was man in diese Kategorie einordnen könnte. Da hat er jetzt nicht so viele von gehabt. Aber in den Spielen, in denen es eben schlecht lief, war für mich dann vor allem dieses, okay, das Scheme findet jetzt keine Antworten und McVay hat jetzt auch keine Alternative, keinen Plan B. Ähm, und Goff ist halt dann nicht der Quarterback, der das Spiel dann an sich reißt und kreiert. Weil wenn er das wäre, dann würde er ja auch noch viel, viel teurer werden. Weil dann reden wir halt ja eben von der Patrick-Mohomes-Kategorie, was der dann wahrscheinlich irgendwann bekommen wird. Deswegen ist das für mich, ja, Jared Goff ist kein Top-5-Quarterback und vielleicht wird das auch nie sein. Ähm, aber eben der 8-, 10-, 11-beste Quarterback der NFL zu sein und das konstant, auch wenn es an einem Coach liegt, aber wenn du halt gut mit dem zusammen funktionierst, das hat einen absoluten Wert. Total. Dann gab es aber natürlich noch ein paar größere News sogar, die weniger mit Geld, sondern vor allem mit Spielern und mit Draftpicks zu tun hatten. Jadavion Clowney wurde getraded von den Texans zu den Seahawks. Jetzt erzähl du uns mal, was da noch so alles mit einhergegangen ist. Ja, ähm, also der Preis erstmal, die Texans erhalten einen dritten, Runden-Pick und dazu die Linebacker beziehungsweise Pass-Rusher, Jacob Martin und Barkewius Mingo von den Seahawks. Ähm, Mingo war in Seattle definitiv ein Cut-Kandidat, das hat man jetzt immer wieder gehört. Martin ist halt ein junger Rotations-Edge-Rusher. Ähm, also erster Instinkt natürlich war, was um alles in der Welt macht Houston da? Und ganz klar, die Texans hatten eine furchtbare Trade-Position bei Clowney, das wussten wir. Ähm, trotzdem ist das, aus Seahawks Sicht ist das für mich ein Monster-Stil. Selbst wenn sie sich jetzt mit ihm nicht auf einen neuen Vertrag einigen können, was ja sowieso generell erst nach der Saison geht, hatten wir ja bei Clowney auch mehrmals schon thematisiert, dann bringt er ihnen theoretisch einen Drittrunden-Compensatory-Pick ein, wenn sie ihn eben gehen lassen nach der Saison. Und Clowney schließt natürlich eine riesige Baustelle in Seattle, auf eine sehr, sehr prominente Art und Weise. Wir hatten ja das auch ein, zwei Mal angesprochen, LJ Collier, Sigi Anza. Ähm, das wäre echt ein wackeliges Edge-Duo gewesen. Und jetzt hast du plötzlich eben mehrere klare Fixpunkte in der Front, mit Clowney, mit Bobby Wagner, mit Jaron Reed, wenn der wieder zurückkommt dazu, und der junge Puna Ford, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck bisher hinterlassen hat. Klar, die Cornerbacks bei den Seahawks, die machen mir jetzt immer noch Sorgen, aber die Front sieht echt gut aus. Und ich glaube auch, dass Clowney in dieser 4-3-Base-Front, dass der da super reinpasst, dass er auch als Pass-Rusher bessere Zahlen auflegen wird. Und dass er zumindest teilweise auch diesen Edge-Defensive-Taxe, Cycle-Hybrid spielen kann, was Michael Bennett ja bei den Seahawks so lange gemacht hat. Also, für mich ein Move, wo ich sag, Houston selbst für die Position, selbst für die schlechte Verhandlungsposition, war das einfach unfassbar wenig. Also, denen hat sicher auch diese Dolphins-Sache noch mal wehgetan, dass Clowney ja offensichtlich nicht nach Miami wollte und dass er wohl auch nach Seattle wollte. Und das war für die Verhandlung natürlich noch mal ein ziemlich bitteres Beiwerk aus Texans Sicht. Trotzdem wirklich ein absolut brutaler Trade. Also, so gerade eben diese beiden Spieler, die sie da zurückbekommen, die geben mir halt wirklich so gar nichts. Dass sie da nicht mal einen der Offensive-Line-Men bekommen haben, über die ja spekuliert wurde. Über Jermaine Fetty war ja da ein Thema. Justin Britt wurde auch spekulisiert. Das zeigt schon ziemlich klar, wie Seattle da Houston am Verhandlungstisch eigentlich wirklich komplett ausgezogen hat. Ja, echt. Zwei Linebackern, wo der eine höchstwahrscheinlich gecuttet werden wird. Genau. Also, ich glaube, du hast alles gesagt. Lass uns lieber mit den Texans noch mal wieder weitermachen, weil die haben ja noch mehr Trades eingefiedelt. Und zwar haben sie Laramie Tunsil, den Offensive Tackle von den Dolphins, plus Wide Receiver Kenny Stills von den Dolphins zu den Texans getradet. Auch das ist ein spannender Trade gewesen. Sehr spannend. Und auch witzig so vom Timing her, weil die Clowny-Sache kam ja drei, vier Stunden davor. Und alle haben ja dann erst mal auf die Texans eingeschlagen. So von wegen, jetzt haben sie Clowny diesen Trade schon gemacht und sind da immer noch ohne Offensive Lineman rausgegangen. Und plötzlich holen sie dann doch Laramie Tunsil. Aber wofür? Genau. Der war ja wohl auch ein Thema bei diesen Clowny-Verhandlungen mit den Dolphins, die ja letztlich dann zu überhaupt nichts geführt haben. Der Trade war natürlich brutal teuer. Viel zu teuer. Zwei Erstrundenpicks, ein Zweitrundenpick und dann noch zwei Spieler, zwei Backup-Spieler, die noch mit zu den Dolphins gehen. Die klammere ich da mal ein bisschen aus. Also erst mal vielleicht, wenn wir so anfangen. Wir müssen Houston natürlich zu einem gewissen Grad dafür loben, dass sie jetzt noch mal wirklich Top-Ressourcen in die Offensive Line gesteckt haben. Sie hatten ja jetzt im Draft dieses Jahr wirklich rein investiert. Auch wenn keiner so richtig weiß, wann Titus Howard, der Erstrundenpick, und Max Sharping, der Zweitrundenpick, wirkliche Verstärkungen dann auch darstellen auf dem Feld. Aber das ist einfach massives Draftkapital für ein Team, das jetzt zuletzt schon weniger Top-Picks hatte, weil man ja auch für Sean Watson hochgetradet ist, womit ich überhaupt kein Problem habe. Also nicht, dass nur jemand denkt, ich bin der Meinung, das hätten sie nicht machen sollen. Und das dann jetzt eben Watson und auch Larry Mitanzel ja bezahlen muss. Und in puncto Kaderplanung, also ja, es ist ein Win-Now-Move, der vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Headcoach der GM ist im Moment in Houston. Aber in puncto Kaderplanung, mittel- und langfristig, ist das für mich ein brutales Risiko. Ja, wir sprechen noch über die kurzfristigen Wirkungen jetzt in einem späteren Segment. Davon weißt du noch nichts, aber ich kündige das einfach mal so an. Da können wir noch über die Win-Now-Situation der Texans sprechen. Was bedeutet das auf der anderen Seite für die Dolphins? Ja, also ... Ich dachte, in der NFL tanken keine Teams. Das hat mir dieser Adrian Franke im Podcast erzählt. Also Spieler tanken nicht. Teams, und das zeigen die Dolphins uns hier ganz, ganz überdeutlich, das ist so eindeutiges Tanking, wie man es, glaube ich, nur haben kann. So kurz vor der Saison im Prinzip ja deine beiden besten Offense-Spieler auf jeden Fall wegzutraden. Tatsächlich ist das mal ein Trade, wo ich den Aussagen vom Headcoach im Anschluss glaube. Brian Flores hat ja so sinngemäß gesagt, dass das Angebot zu gut war, als dass sie es hätten ausschlagen können. Das stimmt ja auch. Genau, das stimmt ja auch. Weil Larry Mittanzel gehört zwar zu den besten jungen Offensive-Tackles der Liga, aber ja noch nicht zu den allerbesten. Und ja, Kenny Stills ist, wie du schon gesagt hast, einer der zwei besten Offensive-Spieler und auch ein talentierter Wide-Receiver, ja aber auch nicht Elite-Niveau. Auch wenn er natürlich jetzt bei den Dolphins in der Offense wirklich jetzt auch nicht die besten Umstände in den letzten Jahren hatte. Trotzdem zwei Erstrunden-Picks. Wird er halt auch wahrscheinlich erst mal Receiver Nummer vier sein, wenn da alle fit sind. Und ist ja mehr sowas wie die Absicherung für die nächste Will Fuller-Verletzung und halt nochmal so eine Vertikal-Option. Aber der wird jetzt ja auch nicht der Nummer eins oder zwei Receiver in Houston sein, vermute ich mal. Wahrscheinlich nicht. Also du hast natürlich mit Will Fuller und auch Kiki Cutie ist ja nicht ganz so, ja, also beide verletzungsanfällig. Ich glaube, das ist, wie gesagt, wir sprechen über die Texans und die kommende Saison noch. Das ist nicht das Problem an dem Move, sondern es ist das Draft-Kapital, was du aufgeben musstest. Zwei First-Round-Picks. Überleg mal, was du da für Qualität bekommst. Vor allem, wenn jetzt alle erzählen, der kommende Draft ist vor allem auch in der Offense so tief, was die Playmaker angeht, so, so tief. Und dann noch ein Zweitrunden-Pick, ne? Ist ja auch noch mit dabei. Genau. Ey, was ist das für Qualität, die du abgibst für, wie gesagt, einen jungen, talentierten Offensive Tackle und einen, sagen wir mal, guten Wide Receiver. Und was man noch dazu sagen muss, hatten wir jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Ein Viertrunden-Pick kommt noch zurück nach Houston. Also zumindest den kriegen sie noch mal dazu. Ja, der Vollständigkeit halber. Genau, das sollte man erwähnt haben. Und ich will es dann auch noch mal rein sportlich so ein bisschen ausdehnen, die Texans-Sichtweise. Weil rein sportlich muss man dann eben auch noch mal weiterdenken, sorgen jetzt diese Investitionen in die Offensive Line auch dafür, dass Houston seine Offense dementsprechend anpasst. Also hat es dann auch den Effekt, dass Sean Watson den Ballsteller loswerden kann? Vertraut er selbst auch mehr in die Protection? Also so zusammengefasst läuft die Offense auch wirklich runder. Weil wenn Watson den Ball weiter eben ewig hält, und das war ja nun mal ein Thema letztes Jahr, was auch damit zusammenhängt, dass sie häufiger mehr Spieler in Protection zurückgehalten haben und weniger Routes gelaufen sind, weil sie der Offensive Line eben nicht vertraut haben. Deswegen meine ich eben das Zusammenspiel da. Falls aber Watson den Ball weiter ewig hält, dann hilft dir Tansel zwar ein wenig, aber wird dann im Ende auch wieder zu einem gewissen Grad ausgehebelt. Weil Watson dann trotzdem dauernd durch die eigene Spielweise und eben eventuell auch die Play-Designs unter Druck steht. Und das muss dann wirklich auch diesen Effekt quasi auf die Offense haben. Aus Dolphins Sicht wollte ich das noch kurz dazu erwähnen und auch deine Meinung dazu noch hören. Ich finde halt, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem Miami jetzt ist. Also dass sie jetzt im Tanking-Modus sind, das müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Grundsätzlich habe ich auch kein Problem damit, wenn man sowieso einen der schlechtesten Kader der Liga hat, dann auch auf die Zukunft zu schauen und Draftkapital zu sammeln. Und all diese Sachen, die wir ja bei den Browns auch gesehen haben vor ein paar Jahren. Deswegen war ich ja auch ein Fan von dem, was Miami im Frühjahr gemacht hat. Ich hatte ja echt auch sogar bei uns im Podcast als einen der Gewinner der Free Agency auf eine eigene Art und Weise deklariert. Aber ich tue mich dann trotzdem schwer damit, selbst in diesem Tanking-Zustand eben so einen Spieler wie Larry Metanzel, um den du halt in den nächsten zehn Jahren noch deine Offensive Line hättest aufbauen können, den abzugeben. Das ist irgendwie dann trotzdem noch was, wo ich so ein bisschen mit den Zähnen knirsch, auch wenn natürlich, und da bin ich bei Brian Flores, der Preis halt zu gut war. Ja, eben. Das ist auch meine Sicht. Wenn Larry Metanzel jetzt schon über Jahre gezeigt hätte, dass er wirklich einer der absolut besten Left-Hackles der Liga ist, dann hätte ich auch gesagt, ja, den abgeben. Aber ich finde, dass er das noch nicht so gezeigt hat. Wie gesagt, er ist jung, er ist talentiert, er gehört schon zu den Guten auf der Position. Aber für den Preis, den man bekommen hat, ja, wie gesagt, ich bin da total bei Brian Flores. Wie sollst du da widerstehen? Ja, in der Situation halt, ja. Du kriegst so einen Tackle mit dem Draft-Kapital, kriegst du den zurück und du kriegst vielleicht auch in der zweiten Runde einen, der extrem talentiert ist. Und ich fand es einen schönen Gedankenanstoß, ich glaube, den habe ich im Pro Football Focus Podcast gehört, den Gedankenanstoß aus Texans Sicht, für diesen einen Spieler, der eben das noch nicht bewiesen hat, zu den Besten auf dieser Position zu gehören, so viel aufzugeben, wäre es da nicht besser, dieses Draft-Kapital quasi eher in der Breite auszugeben. Dass du dir für wenige oder für niedrigere Draft-Picks nicht ganz so hochwertige Offensive-Linemans holst. Weißt du, wie ich meine? Also du meinst, dass die Line in der Summe besser wird, weil du dich überall Richtung, wir sind hier solide aufgestellt bewegst, aber eben jetzt keinen Star-Left-Tackle oder was auch immer hast. Genau. Und ist Larry Mitanzel dieser Star-Left-Tackle? Das ist ja auch noch eine Frage. Er kann es werden. Wenn ich jetzt ihn ranken müsste, wäre er für mich wahrscheinlich irgendwie ein Top-10-Left-Tackle, aber kein Top-5-Left-Tackle. Das heißt, irgendwo so in dieser 8-10-Range wahrscheinlich ist er dann unter Left-Tackles. Ähm, ja. Natürlich wird der ... Es geht gegen alles eigentlich, was wir über Kaderplanung auch wissen. Nämlich eben Draft-Picks, der Wert von Draft-Picks, wie du damit umgehen sollst. Der sinnvolle Move wäre dann gewissermaßen gewesen, wenn jetzt nicht irgendwie was passiert, dass ein Spieler total zu dir runterfällt oder so. Aber der sinnvollere Move dann wäre gewesen, aus Texans' Sicht in den beiden Drafts ein bisschen runterzutraden mit den Erstrunden-Picks. Dann vielleicht zusätzliche Zweitrunden-Picks einzusammeln und halt, keine Ahnung, aus diesen zwei Erstrunden-Picks vier Zweitrunden-Picks zu machen oder was auch immer. Ist jetzt so ein bisschen einfach mal hergesponnen. Und daraus dann eben von denen halt irgendwie drei Offensive-Linemen zu holen und zu hoffen, dass halt zwei von denen solide sind. Eben, so ein Gedankenspiel. Das finde ich ganz spannend, weil ja, wir reden immer darüber, wie wichtig die Offensive-Line ist, vor allem für die Texans. Aber wie groß ist jetzt der Unterschied, wenn du einen deutlich besseren Spieler auf Left Tackle stellst? Wie viel besser wird die gesamte Line dadurch? Das ist eben der Punkt. Dafür muss dann das, was ich gemeint hatte, dafür muss wirklich auch das System angepasst werden, Watsons spielweise angepasst werden. Wenn das die Effekte daraus sind, dass man jetzt auf Left Tackle sagt, okay, da sind wir jetzt safe, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dann kann dieser Effekt auch durchaus groß sein. Wir haben das in manchen Teilen nicht, was die Anpassung der Spielweise angeht, das ist ein schlechtes Beispiel, aber was die Qualität der Line angeht, haben wir das bei den Seahawks gesehen, als sie Dwayne Brown geholt haben, aus Houston ja. Aber grundsätzlich ist es schwer jetzt zu sagen, die Texans Offense wird jetzt x Schritte nach vorne machen, weil jetzt haben sie Larry Mitthunzel. Sie wird besser sein mit Larry Mitthunzel, statt mit Matt Khalil oder Julian Davenport oder irgendwem von denen auf Left Tackle. Aber wie groß da jetzt, dass man jetzt sagt, das ist jetzt ein riesen Quantensprung nach vorne, ich glaube, das kann man fairerweise nicht sagen. Die Texans und die Dolphins waren aber darüber hinaus noch aktiv. Die Texans haben sich zum Beispiel Running Back Carlos Hyde geholt von den Kansas City Chiefs. Ja, ich hätte da auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, bin ich bei den Texans auch wieder kritisch. Ich hätte da jetzt eben eher mal versucht, LeSean McCoy zu holen, eher versucht irgendwie einen Free Agent Running Back zu holen, als eben jetzt nochmal einen Trade in den Running Back zu investieren. Die Texans haben ja schon Duke Johnson für was mutmaßlich ein Drittrunden-Pick wird geholt. Im Gegenzug haben sie gerade Martinez Rankin nach Kansas City gegeben und der stand wohl so ein bisschen auf der Kaderkippe. Trotzdem hätte ich ihn dann lieber, so einen Spieler, der noch relativ jung ist, der auch durchaus mit einem gewissen Talent eigentlich aus dem College kam, hätte ich so einen eher für die Offensive Line Tiefe dann behalten und eben, wie gesagt, einen der Running Backs vom Waver Wire oder eben einen entlassenen Veteran geholt. Ja, LeSean McCoy, das wäre natürlich schön gewesen, aber soweit ich das mitbekommen habe, wollte er unbedingt zurück, was auch Sinn macht, Zurück, also was heißt zurück, aber er wollte zu den Chiefs, zurück zu seinem Ex-Coach, unter dem er sehr gut gespielt hat. Aber lass uns noch kurz die Dolphins abhaken. Die haben Linebacker Kiko Alonso nach New Orleans getradet. Genau, und auch das wieder so ein klassischer Tank-Move. Mit Vince Biegle kommt zwar ein Linebacker zurück, aber soweit ich das gesehen habe, ist das vertraglich vor allem der Dead-Cap-Hit nochmal ein bisschen hochgegangen für dieses Jahr. Also räumen quasi ihre Bücher auf dann für die nächsten Jahre. Haben hier dann auch noch Nate Orchard entlassen, die Dolphins, der zumindest in der Preseason einen ganz guten Eindruck hinterlassen hatte und sowas wie einer der Co-Starting-Edge-Rusher hätte sein können. Also da sind halt auch einfach Moves, die uns klar zeigen, wo die Reise hingehen soll in Miami. Ja, bei Kiko Alonso ist mir jetzt im letzten Jahr vor allem meist negativ aufgefallen. Er hatte ein paar negative Szenen auf jeden Fall. Ich wüsste wahrscheinlich trotzdem jetzt schlechter erst mal mit dem Tausch. LeSean McCoy haben wir gerade schon angesprochen, dass er unbedingt zu den Chiefs wollte. Wurde ja entlassen bei den Bills. Da muss ich ja auch mal Respekt zollen. Das ist das, was du vor Monaten schon angekündigt hast, dass du eher LeSean McCoy als zum Beispiel einen Frank Gore cutten würdest. Ich hätte es andersrum gemacht. Aber sie haben sich für LeSean McCoy entschieden. Und der ist dann ziemlich schnell bei den Chiefs gelandet. Ja, also realistisch glaube ich, dass das, was wir dann in Kansas City haben, Richtung Running Back Committee gehen wird. Indem aber LeSean McCoy im Laufe der Saison sowas wie die Starterrolle dann doch einnimmt. Und ich glaube auch, dass er in dieser Offense sehr, sehr produktiv nochmal werden kann. Also Andy Reid kennt ihn natürlich aus Philadelphia bestens. Sie zahlen ihm dieses Jahr auch mehr als Damian Williams. Sie haben ihm mehr Geld garantiert als Damian Williams, was ja auch schon mal so ein Fingerzeig ist. Diese Offense ist sehr, sehr Running Back freundlich, weil sie Running Backs wenig gegen vollgestellte Boxes laufen lässt und sie im Passspiel vertikal einsetzt. Und dadurch können Running Backs eben gute Stats auch auflegen. Und ich glaube, das wird auch LeSean McCoy in der kommenden Saison tun. Schade ist es ein bisschen für Darwin Thompson, den ich echt gerne als Rookie, du ja auch als Rookie schon in einer größeren Rolle gesehen hätte. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich abschminken. Aber LeSean McCoy war doch letztes Jahr so schlecht, Adrian. Warum glaubst du denn, dass er jetzt dieses Jahr so viel besser wird? Weil Running Backs von den Umständen abhängig sind. Und die Umstände in Kansas City werden großartig sein für ihn. Ja, die beiden Saisons kann man einfach nicht vergleichen. Das wollte ich nochmal unterstreichen. Er war letztes Jahr bei den Bills mit einer nicht funktionierenden, über weite Strecken der Saison nicht funktionierenden Offense mit einer katastrophalen O-Line. Und jetzt kommt er in ganz, ganz andere Umstände. Also, da stimme ich natürlich zu. Also, Running Backs sind von den Umständen abhängig. Und das sind mal komplett gegensätzliche Umstände, die er da vorfinden wird. Auch wenn die jetzt bei den Bills diese Saison auch besser sein würden. Dann gibt es noch eine Running Back News. Und zwar betrifft die Melvin Gordon. Die Chargers haben nämlich die Vertragsverhandlungen mit Melvin Gordon abgebrochen. Genau, also, beziehungsweise auf Eis gelegt, wenn man so will. Haben gesagt, sie wollen erst nach Saisonende wieder mit ihm sprechen. Plus wurde dann jetzt auch bekannt, dass Melvin Gordons Berater sich Trade-Angebote einholen darf. Das deutet wirklich alles auf eine Trennung hin. Also, mich würde es inzwischen wirklich ernsthaft wundern, wenn Melvin Gordon nochmal für die Chargers spielen würde. Wir hatten das ja im Fantasy-Live-Draft, hatten wir das ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen thematisiert, als er dann endlich irgendwann gedraftet wurde. Ist da ja auch weit runtergefallen. Ich sehe nur nicht so ganz, welches Team ernsthaft jetzt für ihn traden könnte. Wobei ja auch dann impliziert ist, logischerweise, wer jetzt für ihn tradet, dass der eben auch einen neuen Vertrag gibt. Weil sonst würde das ja alles keinen Sinn machen. Also, ich weiß nicht, ob du da irgendwen im Auge hast. Aber ich kann mir kaum ein Team vorstellen, wo ich jetzt sage, das wäre so das Team, wo ich glaube, das macht Sinn aus einer sportlichen Perspektive. Und das Team ist auch ein Team, das jetzt solche Ressourcen in den Running Back steckt. Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht so sicher. Es gibt aber ein Team, wo ich mit der jetzigen Situation der individuellen Qualität im Backfield unzufrieden wäre. Ich glaube, ich weiß, wer du meinst. Das sind die Buccaneers. Ja. Ich bin, wie alle wissen, kein großer Ronald-Jones-Fan. Ich bin kein großer Peyton-Barber-Fan. Und ich glaube, dass diese Offense unter Bruce Arians auch Running Back freundlicher wird, als sie unter Dirk Kötter war. Und man hier auch mehr individuelle Qualität gebrauchen könnte. Zumindest ist das das Team, wo ich eben mir ein bisschen Sorgen um die Qualität an der Stelle mache. Und deswegen könnte ich es mir aus sportlicher Sicht sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sie Interesse hätten an einem wie Melvin Gordon, der nun mal viel Geld verlangt. Ob sie bereit sind, für diese Position viel zu zahlen. Ob sie für ihn traden würden. Das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Zu bezweifeln, aber aus sportlicher Sicht wäre das das Team, wo ich ihn mir sehr gut vorstellen könnte. Also ich erinnere mich noch, dass Bruce Arians irgendwann im Sommer jetzt, während, ich weiß, ich glaube, vor dem Trainingcamp war das noch, wurde er eben auch auf Running Backs und neue Verträge und wie wir eben diese Position aus der Sicht sieht, angesprochen. Und da hat er eigentlich relativ, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber relativ klar gesagt eben, dass er nicht viel Geld in die Position stecken will. Deswegen vom sportlichen Aspekt her hast du recht. Also das wäre so das logische Team irgendwo. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die das machen würden. Da sind wir ja dann einer Meinung. Und wir haben noch mehr News. Das war es noch nicht. So ein bisschen Kleinkram haben wir noch. Die Indianapolis Colts haben eine Woche, nachdem Andrew Luck sein Karriereende bekannt gegeben hat, mit dem Backup, mit Jacoby Brissett verlängert. Ist für mich vor allem eine Versicherung, wenn man so will. Brissett wäre ja jetzt in sein letztes Rookie-Vertragsjahr gegangen und dementsprechend natürlich auch sehr, sehr günstig gewesen. Wenn er jetzt, und das ist für mich so das wahrscheinlichste Szenario, wenn er jetzt dieses Jahr eine durchschnittliche Saison spielt, dann wärst du eben als Team sofort in die Situation gekommen, dass du eben dich entscheiden musst, ob du einen durchschnittlichen Quarterback, bei dem du vielleicht noch nicht so ganz sicher bist, wie du ihn langfristig siehst, dass du dich entscheiden musst, ob du ihn halten willst, ihm vielleicht dann eben sogar einen langfristigen Vertrag gibst oder dich auf dieses Franchise-Tech-Spiel einlassen musst, was ja bei Quarterbacks gerade immer echt heikel ist. Jetzt haben sie eben vor allem Zeit damit aus Teamsicht gekauft, weil Brissett jetzt dann auch 2020 erst mal unter Vertrag steht. Ist er in der kommenden Saison durchschnittlich? Wie gesagt, für mich eigentlich so das wahrscheinlichste Szenario. Dann hast du keinen Druck. Und das Geld ist dann ja auch in Ordnung für 2020. Also das ist ja dann ein durchschnittliches Quarterback-Gehalt für einen durchschnittlichen Quarterback, wenn man so will. Spielt er, beziehungsweise billiger als durchschnittlich, wenn wir auf die Starter schauen, spielt er jetzt wirklich herausragend dieses Jahr, dann ist er erst mal ein Schnäppchen. Und du hast mehr Luft in den Verhandlungen. Das Risiko ist natürlich, dass er schlecht ist und du ihn nicht halten willst und eben die Garantien dann reingesteckt hast. Aber wenn du als Team so überzeugt von ihm bist, wie es die Colts ja sind und wir alle sagen die ganze Zeit, wie gute Umstände um ihn herum in Indianapolis jetzt sind, dann ist das Risiko in meinen Augen deutlich kleiner, ihm jetzt diesen Vertrag zu geben, als eben das Risiko, dass du ihn nach der Saison halten willst und dann vielleicht gleich einen richtig großen Vertrag auf den Tisch legen musst. Normalerweise sind wir beide keine Leute, die besonders viel Wert darauf geben und extra über jemanden sprechen müssen, über einen Spieler sprechen müssen, nur weil er in einer ähnlichen geografischen Lage zur Welt gekommen ist oder aufgewachsen ist, wie wir beide, nämlich deutsche NFL-Spieler. Aber Jacob Johnson ist bei den Patriots im aktiven Practice Squad gelandet. Das fand ich eben wirklich überraschend. Deswegen dachte ich auch, dass man darüber mal das zumindest erwähnen sollte, weil das ist wirklich eine Leistung, ist auch, glaube ich, wenn ich jetzt niemanden vergesse, aber ich glaube, es ist der erste von diesen ganzen International-Programm-Spielern, der eben direkt ins richtige Practice Squad kommt. Also er bekommt eben nicht diesen elften Sonderplatz im Practice Squad, der ja für diese International-Programm-Spieler verfügbar ist für die Teams. Sondern einen regulären Platz. Und das heißt vor allem, die Patriots können ihn im Laufe der Saison aktivieren und auch andere Teams könnten ihn von diesem Practice Squad jetzt in ihren aktiven Kader holen, was eben mit diesem Sonderplatz auch nicht gegangen wäre. Hat eine sehr gute Pre-Season gespielt, hat Offense, Special Teams, am Ende sogar ein bisschen Defense gespielt bei den Patriots. Und wenn wir jetzt mal ganz flapsig sind, die Patriots, die machen keinen Scheiß mit solchen Sachen wie dem Practice Squad. Also das ist nichts, wo die Patriots irgendwie so sagen, ach ja, dann machen wir das halt mal so. Sondern das ist auf jeden Fall erst mal für Jacob Johnson eine Auszeichnung und zeigt für mich eben, dass New England glaubt, dass er ihnen auch zeitnah helfen kann. Und vielleicht dann eben sogar schon in der kommenden Saison. Wir haben nicht einmal erwähnt, auf welcher Position er hauptsächlich spielt. Das stimmt, ja. Und das ist tatsächlich auch interessant. Ja, genau. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. In dem Fall Patriots. Genau. Er spielt eben so eine Fullback-Tight-End-Hybrid, H-Back-Hybrid-Rolle. Wurde da auch so ein bisschen umgeschult. Ich hatte mit ihm gesprochen, als es gerade raus, also als es gerade fix war, dass er zu den Patriots geht. Und da hat er eben auch gesagt, dass er sich eigentlich kein besseres Team hätte wünschen können. Weil er weiß eben, wie die Patriots diese Position auch einsetzen. Er weiß, dass er da eine reelle Chance hat, wenn er sich richtig gut anstellt. Und das war im, ich glaube, im April habe ich mit ihm gesprochen. Und da war er echt schon sehr, sehr optimistisch, vielleicht im Nachhinein kann man sagen realistisch, dass er halt da wirklich eine Chance hat, weil er eine Position spielt, die die Patriots anders wertschätzen als andere Spieler. Und weil er Special-Teams spielen kann. Und die Saisonvorbereitung zeigt jetzt ganz offensichtlich, dass die Patriots da in ihm auch was sehen. Dann lass uns noch über ein paar Verletzungen sprechen. Zum Beispiel bei den 49ers gab es eine Jarek McKinnon. Hatte nochmal wieder so einen kleinen Rückfall, was seine Verletzung angeht. Ja, und wurde eben auf die Season-Ending-IR gesetzt. Also, wird in der kommenden Saison auch nicht spielen. Und das sieht immer mehr so aus, als könnte der wirklich am Ende kein einziges Down für die 49ers spielen. Ich würde jetzt nicht wahnsinnig viel darauf setzen, dass der 2020 noch im Team ist. Rein sportlich. Für San Francisco. Also, ich war ja sowieso die ganze Zeit der Meinung, dass Tevin Coleman eher der Nummer-eins-Running-Back sein sollte. Und Matt Breeder noch da hinten. Also, sind die Volknerners eigentlich gut aufgestellt. Aber für McKinn, ganz klar, ist das natürlich mega bitter. Dann ist ebenfalls sehr, sehr bitter, auch aus deutscher Sicht, ja, das Saison-Aus für I can name me the St. Brown. Genau, auch eben auch auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt worden, bevor er in den 53er-Kader nominiert wurde. Das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Also, Teams können Spieler vor eben dieser Kader-Deadline, die ja am Samstagabend war, vorher auf die Injured-Reserve-Liste setzen. Dann sind diese Spieler aber nicht dazu berechtigt, im Laufe der Saison wieder aktiviert zu werden. Das heißt, wer vorher auf Injured-Reserve geht, für den ist es das Saison-Aus. Das war bei St. Brown jetzt der Fall. Ist echt schade, weil ich glaube, der hätte wirklich eine gute Chance auch auf viele Snaps gehabt. Aber die Packers haben auch im Nachhinein erklärt, dass es eigentlich keine wirkliche Option war, ihn jetzt in den Kader zu nehmen, dann auf IR zu setzen und vielleicht zurückzuholen. Das heißt, sie wollen ihm jetzt auch die Chance geben, offensichtlich sich komplett auszukurieren. Und für ihn geht es dann jetzt einfach darum, sich dann schon auf die nächste Saison wieder vorzubereiten. Und auch bei den Patriots gab es oder gibt es Verletzungen zu vermelden. Wir haben schon über Center David Andrews gesprochen. Der wird die komplette Saison tatsächlich ausfallen. Und Nikhil Harry ist auch auf die IR gesetzt worden, aber nach dem Roster-Cut, ne? Ganz genau, ganz genau. So, Andrews ist das gleiche Spiel wie St. Brown und McKinn. Nikhil Harry kann im Laufe der Saison wieder aktiviert werden. Ähm, wird wahrscheinlich, aber davon muss man jetzt ausgehen, keine größere Rolle dann generell spielen in seiner Rookie-Saison. Also jetzt auch nicht, vermute auch nicht nach dem Comeback. Damaris Thomas hatten die Patriots ja erst entlassen und dann zurückgeholt, was man auch so ein bisschen erwartet hatte. Der übernimmt jetzt die Rolle von Kiel Harry erst mal auf dem Feld. Ähm, Patriots vielleicht auch noch erwähnenswert. Sie haben ja auch einen neuen Backup-Quarterback. Sie haben sich von Brian Hoyer getrennt, wo man eigentlich auch davon, oder zumindest spekuliert hat, dass sie ihn zurückholen. Der hat aber dann einen echt richtig guten Deal bei den Colts bekommen. Ähm, und jetzt ist Jared Stidham, der, äh, Backup-Porterback. Der hatte eine gute Preseason. Ja. Aber das ist schon auch mutig. Das ist mutig, finde ich auch. Allerdings, als ich mir das College-Tape von ihm angeguckt habe, ich glaube, ich fand ihn ein bisschen, oder habe ihn positiver eingeschätzt als du. Das erste, oder eine der ersten Sachen, die ich bei ihm gedacht habe, der würde perfekt zu den Patriots passen, weil er hat, er ist wirklich gut in einem schnellen Kurzpassspiel. Kurz- und mittellangen Passspiel. Und vor allem, wenn er den Ball schnell los wird. Ähm, und genau das machen die Patriots ja viel. Genau das macht Tom Brady viel. Er ist halt extrem schlecht gegen Druck. Und lange Bälle sind auch immer aufregend bei ihm. Ähm, aber in der Kernkompetenz der Patriots-Offense ist er gut. Ähm, deswegen. Und Tom Brady ist halt auch jetzt nicht der verletzungsanfälligste, bisher gewesen. Ja, er wird nicht jünger. Wenn Tom Brady verletzt ist, dann wird's wirklich besonders spannend. So ist es, ja, ein mutiges Unterfangen. Aber trotzdem glaube ich, dass es schlechtere Backups gibt, für diese Offense speziell als Jared Stidham tatsächlich. Das kann, ja, das ist, glaube ich, fair. Und dann haben wir als Rauschmeister noch, also da fühle ich mich so ein bisschen bestätigt. Ja, wie war ich mir gedacht. Ja, Kai Polite, Debakel steht hier nur in meiner Liste. Das hat es damit auf sich. Wer ist Ja Kai Polite und warum Debakel? Ähm, Ja Kai Polite. Florida Passrusher im Draft dieses Jahr gewesen. Wurde von den New York Jets in der dritten Runde gedraftet. Viel zu früh. War im Januar, wenn man sich Mock-Drafts aus dem Januar, aus dem Dezember anschaut, dann war der fast überall noch ein Erstrunden-Pick. Ich glaube, Mel Kiper, der große ESPN-Draft-Guru, hatte ihn damals in der ersten Runde bei den Seahawks, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls wurde Ja Kai Polite vier Monate, nachdem er eben ein Drittrunden-Pick war, von den Jets entlassen. Und das ist erstmal ein ziemlicher Hammer. Also Teams entlassen eigentlich keine Drittrunden-Picks als Rookies quasi, bevor die Saison überhaupt anfängt. Die Berichte, die man jetzt dann so gehört hat aus New York, die gehen eben noch krasser in diese Richtung, was man schon auch in der Draft-Vorbereitung mitgekriegt hat. Also der hatte ja eine absolut furchtbare Kombine, wo er sich in den Presseinterviews dann über die Teams aufgeregt hat, was für Fragen die ihm gestellt hatten. Der war bei seinem Pro-Day offensichtlich nicht fit. Also wirklich offensichtlich im Sinne von, man hat gesehen, dass da ein Bäuchlein ist, wo kein Bäuchlein sein sollte. Und die Berichte gehen jetzt eben auch so in diese Richtung, dass er arrogant war, dass er sich nichts hat sagen lassen. Dass er wirklich einfach dieses, was man als uncoachbar bezeichnen würde, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, sind alles Medienberichte. Zusammenfassung eben so, dass der Kopf einfach nicht da war, wo ein Kopf von einem professionellen Sportler sein muss. Dass er dann ohne, dass ein Team ihn geclaimt hätte, durchs Waverwire gegangen ist, ist dann auch sehr, sehr vielsagend. Und jetzt ist er auf dem Practice-Quad tatsächlich von den Seahawks gelandet. Also brutaler Absturz, wirklich brutaler Absturz. Ja, der scheint auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Nicht so, nein. Und dazu kommt ja noch das, was ich so ein bisschen angemahnt hatte vor dem Draft. Ich finde ihn halt auch aus sportlicher Sicht. Ja, du warst da skeptisch. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Ich sage es gerne noch mal. Das soll ein Edge-Rusher sein, ist meine erste Notiz. Weil ich sehe den einfach nicht in der NFL als Edge-Rusher. Er ist zu klein, zu schmal, zu schwach. Ja, der hat Speed und Burst ohne Ende, also Explosivität. Aber ich habe da halt schon keinen NFL-Edge-Rusher gesehen. Vielleicht einer, der sich dahingehend entwickeln kann. Aber wenn dann eben noch diese anderen charakterlichen Geschichten mit dazukommt, ja, mein Gott, du musst dich schon echt dumm anstellen, wenn du als drittrunden Pick nach dem Training-Camp oder nach der Pre-Season gecuttet wirst. Da musst du schon viel falsch gemacht haben. Bei einem Team, das seit gefühlt Jahren keine Edge-Rusher hatte. Total. So, das war das längste News-Segment ever. Ich glaube es auch. Ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut. Aber es ist auch viel passiert. Holy moly. Ja, fast eine Stunde haben wir über aktuelle Themen gesprochen. Das Schöne ist, wir haben jetzt auch etwas, ich sage mal, leichtere Kost für euch vorbereitet. Ich habe es noch gar nicht erwähnt, was wir heute machen. Heute ist unsere Prediction-Folge. Wir gucken heute in die Glaskugel und sagen euch die NFL-Saison voraus. Ja, was machen wir dann heute Schönes? Wir gucken in jede Division und sagen jeder unseren Sieger. Da gehen wir einmal durch alle durch. Dann, wie letztes Jahr auch schon, werden wir die Leader der einzelnen Statistiken vorhersagen. Also, Rushing Leader, Receiving Leader, Passing Leader und so weiter. Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, MVP, Super Bowl-Tipp und zum Abschluss das Lustigste von allem. Die Bold Predictions. Ich bin dieses Jahr wirklich zufrieden mit meinen Bold Predictions. Bist du bolder als letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr hatte. Letztes Jahr, ich weiß es auch nicht mehr im Detail, aber ich weiß, dass ich gemeckert habe, weil ich sie nicht bold genug fand. Also, ich glaube, sie sind ziemlich bold. Und ich finde es immer schwierig, weil du ja natürlich jetzt auch nicht bei Bold Predictions irgendwas einfach so rausknallen willst. Die Dolphins gewinnen dieses Jahr den Super Bowl oder so. Sondern das soll ja schon auch was sein, was halbwegs realistisch ist. Ich habe kurz über die Dolphins nachgedacht und wollte die Bold Prediction bringen. Die Dolphins holen nicht den First Overall Pick. Das wäre wieder, das fände ich dann wieder okay, weil da kann ja viel. Also, Fitzpatrick gewinnt ja irgendwie zwei Spiele, blöd. Und am Ende stehst du irgendwie drei und 13 und irgendein Team ist noch schlechter. Na ja, pass auf. Und dann hättest du mich gefragt, ja, wer denn dann? Und da ist mir keine Antwort drauf eingefallen. Deswegen habe ich das rausgelassen. Aber die Dolphins sind super für Madden dieses Jahr, für den Franchise-Mode. Also, mit so vielen First-Round-Picks und was du alles hast, da kann man einen schönen Rebuild machen. Aber lass uns anfangen mit unseren Division-Predictions. Und ich habe das folgender Maßen vorbereitet. AFC und NFC nacheinander. Und wir machen Nord-West-Süd-Ost. Okay. Und fangen logischerweise mit der AFC North an. Die Cleveland Browns, die Baltimore Ravens, die Pittsburgh Steelers. Und die Bengals sind da auch noch mit in der Verlosung. Du darfst als erstes, wen hast du denn als Division-Sieger? Ich darf als erstes. Ich habe die Pittsburgh Steelers genommen. Ich bin da so vorgegangen, dass ich die Teams versucht habe, so grob in Tiers, also in Kategorien einzuteilen und zu schauen, wie deutlich sehe ich die Abstände zwischen den Teams. Und für mich waren die Steelers und Browns grob ein Tier. Also so das Spitzentier im Prinzip in der Division. Mit den Steelers, die ich einfach noch ein kleines Stück vorher sehe, weil ich bei den Browns halt noch mehr Fragezeichen habe, was einfach diesen jungen Kader, First-Time-Head-Coach usw. angeht. Ich glaube, die Steelers werden richtig gut sein dieses Jahr. Im Sinne von, die werden elf Spiele gewinnen und in den Playoffs auch gefährlich sein. Ich glaube nicht, dass sie ein Titelanwärter sind dieses Jahr. Also ganz in diesem Kreis sehe ich sie nicht. Aber ich sehe sie als ein Team, das im Moment ein bisschen zu sehr unterm Radar fliegt. Dafür, dass sie immer noch eine richtig, richtig gute Offensive line haben. Einen sehr guten Quarterback. Gute Receiver, glaube ich, dass sie immer noch, selbst ohne Antonio Brown, was natürlich ein Downgrade ist, aber dass sie immer noch gute Waffen haben im Passspiel und dass die Defense einfach echt gut sein sollte. Und deswegen habe ich die Steelers knapp vor die Browns gesetzt und dann ein kleines Stückchen dahinter die Ravens. Ich stimme dir absolut zu. Die Pittsburgh Steelers werden eine gute Saison spielen, werden am Ende aber einen Sieg weniger haben als die Cleveland Browns. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die Ravens, finde ich, können überraschen irgendwie. Traue ich dem noch nicht so richtig über den Weg, dass sie auf jeden Fall Dritter werden. Ich glaube, da ist noch oben Luft. Aber bei den Bengals, denen traue ich in der aktuellen Verfassung sowohl offensiv als auch defensiv nicht so wahnsinnig viel zu, dass sie diesen drei Teams gefährlich werden können. Natürlich, wenn sie am Ende Dritter werden, weil bei einem der Teams sich jemand verletzt oder irgendwas überhaupt nicht zusammenläuft. Das kann immer passieren. Vielleicht mit ganz viel Glück auch zwei. Aber dass sie die gewinnen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil eben auch die Cleveland Browns die AFC North gewinnen. AFC West, da würde ich mal anfangen. Und ich wage einfach mal was. Ich sage noch mal eben, wer da in Frage kommt, für alle, die es nicht direkt auf dem Schirm haben. AFC West, Oakland Raiders, Denver Broncos, Los Angeles, Chargers und Kansas City Chiefs. Und der einfache Tipp wären natürlich die Chiefs. Ich sage aber die Chargers. Ja, die O-Line. Ja, die Verletzung von Derwin James. Das hilft beides nicht besonders. Aber du hast trotzdem immer noch eine super starke Defense vor allem. Ihr Offense gefällt mir aber auch. Du hast Hunter Henry zurück. Mike Williams hat sich toll entwickelt. Ja, Melvin Gordon fehlt. Aber ich finde, mit Austin Eckler und Justin Jackson wird das im Tandem tatsächlich ganz gut aufgefangen. Wie gesagt, die Chiefs sind der logische Pick. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du die Chiefs hast. Ich wage einfach an der Stelle mal was. Sagt die Defense kostet, die Defense der Chiefs kostet denen den einen entscheidenden Sieg, der dann über den Division Sieg entscheidet. Ich glaube, am Ende hatten sie letztes Jahr auch gleich viele Siege, oder? War dem nicht so? Ich glaube auch, ja. Oder die Chiefs einen mehr, irgendwie so. Es war eng und es wird dieses Jahr auch wieder eng, aber diesmal mit dem besseren Ende für die Chargers. Broncos für mich eher, vor allem auch wie ihr Quarterback, eher Richtung Durchschnitt unterwegs. Können überraschen, sowohl positiv als auch negativ. Ich glaube aber nicht, dass damit der Division Sieg gemeint ist. Raiders offensiv stärker als letztes Jahr, defensiv eine komplette Wildcard. Wenn nicht die Chiefs und die Chargers Platz 1 oder 2 sind und die Raiders und Broncos Platz 3 und 4, dann wäre ich sehr überrascht. Das stimmt, ja. Für mich aber trotzdem ist die Sache noch relativ klar. Ich habe es ja gerade gesagt, ich hatte die Steelers und Browns grob in einem Tier. Die Chiefs habe ich noch mal einen guten Schritt vor den Chargers im Endeffekt tatsächlich. Ich glaube, dass die, ja, die Chiefs werden defensiv, vor allem, was die Coverage angeht, im Cornerback, werden die immer wieder mal Probleme bekommen. Aber diese Offense sollte eigentlich so gut sein. Und ich mache mir bei den Chargers tatsächlich eben in der Offensive Line jetzt doch noch mal mehr Gedanken. Dadurch, dass Russell Okung eben jetzt auch mindestens in sechs Wochen fehlen wird, da sehe ich schon so die Gefahr, dass der Pressure auf Phillip Rivers so konstant sein wird, dass die Offense darunter leidet. Und deswegen glaube ich, dass die Chargers eher ein bisschen einen Schritt zurück machen, während ich bei den Chiefs glaube, dass sie mindestens das Niveau halten werden aus der letzten Saison. Ich bin gespannt. Broncos, aber übrigens, Broncos glaube ich, dass die ein Kandidat sind, um nicht, also nicht die Division zu gewinnen, aber dass die ein Kandidat sind, um vielleicht mehr zu überraschen, als man das im Moment noch so auf dem Zettel hat. Ja, da gehe ich mit. AFC South, du als erstes? Ja, ich habe jetzt die Texans dann im Endeffekt genommen. Oh Mann, ich dachte, ich wäre total außergewöhnlich mit den Texans. Und ich dachte, ich bin hier, das ist eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo hatten das, glaube ich, mal thematisiert. Vielleicht auch in der Fantasy-Live-Folge. Aber für mich ist das eine Division im Prinzip, wo ich jedem Team zutraue, neun Spiele zu gewinnen. Und ich traue jedem Team zu, auch nur sechs bis sieben Spiele zu gewinnen. Nee, Mailbag war das, glaube ich, letzte Woche. Oder Mailbag kann auch Mailbag gewinnen sein. Also, ich sehe die alle so in dieser Range. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass du am Ende diese Division mit neun Siegen schon gewinnen kannst. Ich habe die Texans jetzt noch einen kleinen Schritt eben vor den anderen dreien, die ich dann grob zusammen in einem Topf habe. Also Houston, dadurch, dass sie jetzt ohne Andrew Luck in der Division haben, sie den besten Quarterback. Sie sollten insgesamt eigentlich eine gute Offense haben. Ich glaube nicht mehr, aber eine gute Offense. Und dann eben defensiv, klar, Secondary wird ein Problem sein, ein großes Problem vielleicht sogar. Front sollte sehr gut sein. Die Frage ist eben, wie sehr können gerade jetzt die Teams in dieser Division Probleme in der Secondary ausnutzen? Und deswegen habe ich dann die Texans einen kleinen Schritt davor. Aber es ist dann eben, also so Houston neun und sieben und der Rest irgendwie acht und acht, sieben und neun, irgendwie so in der Richtung. Ich habe auch die Texans, die haben zwar jetzt in den letzten Tagen aus langfristiger Sicht ordentlich Scheiße gebaut. Wenn man es mal so einfach sagen will. Aber ist ja wurscht jetzt. Das ist wurscht, weil ich glaube, sie haben sich kurzfristig verbessert. Und ganz ehrlich, Watson plus Hopkins, Fuller, Stills und Kiki Cutie, das ist ein richtig starkes Receiving-Core. Duke Johnson da auch noch mit dabei. Duke Johnson kannst du ja quasi auch noch mit ins Receiving-Core mit rein. Genau. Das sollte eigentlich mit Abstand die explosivste Offense in der Division sein. Ja. Und dann hast du eben die O-Line zumindest zum Teil deutlich verbessert mit Larry Mithansel. Die O-Line wird deutlich besser sein als ohne Larry Mithansel. Auch das haben wir vorhin schon gesagt. Plus dieses explosive Receiving-Core, plus dieser explosive Quarterback. Also ich bin sehr auf diese Offense gespannt. Colts haben für mich den deutlich ausgeglicheneren Roster. Aber kein Andrew Luck mehr. Jacoby Brissett wird, glaube ich, ganz okay performen können. Sind die Colts für dich die Nummer zwei in der Division? Also für mich sind die alle Nummer eins und Nummer zwei und Nummer drei. Wie gesagt, ich finde die alle ganz eng beieinander. Ich glaube eben, die Texans haben durch diese Last-Minute-Moves den einen kleinen Schritt gemacht. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn die Colts erster werden. Es würde mich ein bisschen mehr überraschen, wenn die Jaguars erster werden. Aber die Defense wird so gut sein, dass die lange auch um den Sieg mitspielen können, könnte ich mir vorstellen. Das kann gut sein, ja. Weil, ja, Nick Colts ist ja nun auch wirklich kein Schlechter. Ihm fehlen halt nur so ein bisschen die Waffen in der Offense. Ja, das könnte ein Problem werden. Das könnte wirklich ein Problem werden. Und die Titans, ey, keine Ahnung, was die Titans dieses Jahr machen. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, niemand weiß auch, was du überhaupt von Mariota jetzt erwarten sollst im fünften Jahr. Ich hatte in meinem Power-Ranking bei Spox diese Woche hatte ich den Titans-Part auch so angefangen, im Sinne von, ob Titans-Fans selbst eigentlich jetzt daran glauben, dass jetzt im fünften Jahr der Durchbruch kommt. Oder ob man einfach nur so irgendwie gefühlslos in der Richtung ist. Also, ich bin gefühlslos bei den Titans. Ja, so ein bisschen. Und deswegen, das ist halt ein 8-8-Team in meinen Augen. Und vielleicht gewinnen sie halt auch irgendwie dieses eine Spiel mehr. Und dann gewinnen sie mit 9 und 7 die Division. Wenn ich es ranken müsste, hab ich eben die Texans einen kleinen Schritt davor. Und dann seh ich dahinter die Colts, dann die Jaguars, dann die Titans in der Reihenfolge. Aber alle so in einem Topf. Toll, da sind wir einer Meinung. AFC East. Da sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung. Ja, komm. Ey, wer da nicht die Patriots tippt, ist sehr mutig oder hat halt keine Ahnung. Weil der Roster ist im Vergleich zu den anderen auf dem Papier so viel stärker. Ist ein Roster für mich, der so gut wie keine Lücken hat mittlerweile mehr. Tidend halt ist die andere Sache. Tidend, da wissen wir aber nicht, wie groß wird die Rolle der Titans überhaupt sein. Und wenn Benjamin Watson zurückkommt nach seiner Sperre, ist das auch zumindest passabel gelöst. Ja, deswegen, glaub ich, kann man hier nichts anderes tippen als die Patriots. Ich glaube, es wird in dieser Division eine Überraschung geben. Ich hab ja immer gesagt, das können die Jets sein, du hast die Bills. Ich finde auch, ich würd auch bei den Bills mitgehen, wenn die überraschen. Und wirklich auch lange um eine Wildcard mitkämpfen können. Ob sie die am Ende holen, steht auf einem anderen Blatt. Ja, und dann sind da noch die Dolphins. Ja, gut. Miami, glaub ich, haben wir genug thematisiert. Patriots, für mich, wenn ich das auf die Conference schaue, sind die Patriots und die Chiefs für mich die beiden Titelanwärter. Natürlich kann sich das noch viel verändern, aber jetzt, Stand heute vor Woche eins, gibt es für mich zwei konkrete Titelanwärter. Ja, stimmt, ein bisschen Spoiler. Aber vielleicht auch nicht so überraschend. Du hast es schon im Internet veröffentlicht. Ich hab's gesehen. Du meinst, Superbowl-Tipp? Ja, stimmt. Gut, ja. NFC North ist für mich die schwerste Division zum Tippen. Mhm. Ich könnte, bin ich ganz ehrlich, ich hätte auch würfeln können. Das waren mal, ich weiß, dass ich auf dem Vikings-Fan-Event gesagt habe, Vikings gewinnen die Division. Gut, da wusste ich natürlich auch, ich punkte da an der richtigen Stelle. Aber war zu dem Zeitpunkt wirklich auch davon überzeugt. Ja. Ganz ehrlich, ich hab aber auch ein gutes Gefühl bei den Bears und bei den Packers. Die haben für mich das größte Potenzial. Also, das ist für mich zumindest die größte Wildcard. Das kann mega durch die Decke gehen, vor allem offensiv, aber auch irgendwie nach hinten losgehen. Auch die können die Division gewinnen. Lions würden mich zumindest am meisten überraschen. Das glaub ich eher nicht. Platz zwei wäre auch schon eine Überraschung, aber das könnte ich mir eher vorstellen, weil alles über Platz zwei wäre eine kleine Sensation in meinen Augen für die Lions. Okay, ich muss mich wahrscheinlich entscheiden. Ja, komm, ich bleib bei den Vikings. Erster Gedanke. Ich hab's im Endeffekt eben auch wirklich eine komplette Bauchentscheidung. Und da hab ich dann am Ende die Packers genommen. Aber Packers haben halt das höchste Upside. Bears und Vikings haben den höheren Floor, wenn man's mal so zusammenfassen will. Also, bei den Bears und Vikings wird's mich bei beiden wundern, wenn die weniger als neun Spiele gewinnen. Das ist so die Range, in der ich die beide seh. Packers wird's mich nicht wundern, wenn die am Ende acht und acht oder sogar sieben und neun gehen. Auf der anderen Seite seh ich weder die Vikings noch die Bears bei über elf Siegen. Packers könnte ich mir das vorstellen, wenn's eben in der Offense klickt. Und das war dann so letztlich der Upside-Pick gewissermaßen über den sicheren Baseline-Pick. Aber ich hab die auch alle drei eng zusammen. Und ich geh auch fest davon aus, dass die Division mindestens zwei Playoff-Teams stellen wird. Ja, das ist halt ... Ja, sollte sie auf jeden Fall, was die Qualität der Teams angeht. Aber das ist ja immer das, was ich sage, wenn am Ende ... Dass die sich gegenseitig auffressen. Ja, das stimmt auch, ja. Dann wird's schwierig mit zwei Teams. NFC West ... Wen haben wir da? Die Rams, die Cardinals, die Seahawks und die 49ers. Ja, ich hab die Rams auch da. Ähnlich wie in der AFC West, die Chiefs, hab ich in der NFC West die Rams. Einen guten Schritt vor dem Rest. Zweite Gruppe, dann seh ich die 49ers und Seahawks relativ auf Augenhöhe. Mit jetzt der Clowney-Verpflichtung, vielleicht die Seahawks noch mal einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. 49ers natürlich mehr Fragezeichen, dadurch, dass Garoppolo jetzt so lange verletzt war. Aber die werden diesen zweiten Platz, denk ich, unter sich aus machen. Und Arizona dann noch mal eine Gruppe dahinter, also einen Sprung dahinter quasi, seh ich eben so bei fünf Siegen, sechs Siegen, irgendwas in der Richtung. Ja, die Rams muss man an der Stelle tippen, glaub ich. Alle anderen haben für mich irgendwo Potenzial. Vor den Niners hätten für mich Potenzial für eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob die so weit geht, dass man Erster wird in der Division. Aber zumindest das Potenzial für eine Überraschung ist da. Die Seahawks halte ich für limitiert. Trotzdem ist ein gewisses Potenzial. Alleine durch so individuelle Qualität wie Russell Wilson, Tyler Lockett. Mal gucken, wie DK Metcalf ankommt. In der Defense hast du ein paar individuelle Playmaker dabei. Da ist Platz zwei auf jeden Fall möglich. Und die Cardinals sind für mich eine komplette Wildcard. Stell dir vor, die Offense geht komplett durch die Decke. Dann haben auch die eine Chance, den zweiten Platz zu holen. Ich glaub, die Defense wird halt die erste Saisonhälfte zumindest ein zu großes Problem sein, wenn Nummer eins und Nummer zwei Corner fehlen. Kommen wir noch zu. NFC South. Auch knüppelhart zu tippen. Ich hab wirklich, ich hab ja angekündigt, es sei meine Lieblingsfolge. Und dann hab ich hier gestern Abend gesessen, nach meinem Fantasy-Draft. Und dein Kopf hat geraucht. Oh, und ich so, oh, warte, ich kann mich nicht entscheiden jetzt. Und dann bin ich zur NFC South gekommen und dann hab ich den Laptop zugeknallt. Lass dich doch alle in Ruhe. Wie soll man das denn tippen? Ich muss natürlich mit den Saints gehen. Die Falcons könnten es werden. Die Panthers mit ein bisschen Glück und vor allem mit Verletzungsglück. Und wenn die Offense, wenn da in der Offense ein paar Leute einen Schritt noch nach vorne machen, wenn das so gut läuft wie zum Beginn der letzten Saison. Da hat das ja mit North Turner wirklich wunderbar funktioniert. Und wenn Cam Newton fit bleibt und in der Defense vielleicht der ein oder andere über sich hinauswächst. Und bei den Bucks, ey, ja, nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Division gewinnen. Ich glaube nicht, dass alles auf Anhieb so glatt läuft mit Bruce Arians, wie das der ein oder andere hier im Podcast vielleicht hoffen mag. Ich geh mit den Saints. Ich find die Falcons dieses Jahr auch sehr, sehr spannend. Aber die Saints haben für mich zumindest auf dem Papier den ausgeglichensten und besten Roster von den Vieren. Ja, für mich war tatsächlich eher die ... Oder eigentlich nur die Frage, wen ich an zwei und drei setze. Also, ich seh die Saints schon noch mal ein Stückchen davor. Ähm ... Ja. Also, ich hab im Endeffekt dann die Falcons an zwei und die Panthers an drei gesetzt. Würde auch in der Division ... Hab ich sehr, sehr ... Bin ich sehr, sehr optimistisch, dass da ein Wildcard-Team eigentlich rausgehen sollte. Eben, wie natürlich mit deiner Einschränkung, wenn die sich gegenseitig zu viel wegnehmen. Buccaneers für mich so ... Also, ich glaub, die Offense wird gut sein. Ich glaub aber auch, die Defense wird halt echt noch problematisch sein. Und dafür ... Also, gerade diese junge Secondary und da wird die Offense dann halt vielleicht nicht gut genug sein, um das aufzufangen. Ich glaub schon, dass Tampa Bay einen deutlichen, deutlichen Schritt nach vorne macht. Im Endeffekt seh ich sie aber jetzt noch nicht als Playoff-Team in der kommenden Saison. Auch wenn ich glaub, dass sie ein Überraschungsteam sind, dass sie gut sein werden, dass die Offense Spaß machen wird, dass die Offense auch gut sein wird. Aber die Saints für mich dann doch noch mal einen Schritt vor dem Rest. NFC East als letzte Division, die wir tippen. Da bist du wieder als erstes dran. Wir haben zur Auswahl die Dallas Cowboys, die New York Giants, die Philadelphia Eagles und die Washington Redskins. Ist für mich eigentlich, würde ich jetzt sagen, nach der AFC East die deutlichste. Also, ich hab die Eagles mit einem guten Abstand an eins, seh die Cowboys als Playoff-Anwärter als auf der Zwei und dann noch mal eine große, große, große Lücke zwischen den Cowboys und den Giants und Redskins dahinter. Also, ich glaub, die zwei werden halt die Drei und Vier unter sich ausmachen. Ich seh die Eagles als klaren Favoriten in der Division und Dallas als ein Team, das 8 und 8 gehen könnte, das aber auch mit 10 und 6 über die Wildcard reinkommen könnte. Ja, ich hab versucht, wie bei den Chargers jetzt zum Beispiel, weil ich weiß, dass es in einer NFL-Saison am Ende Überraschungen geben wird. Klar, ja. Was auch diese interdivisionalen Rankings angeht. Weißt du? Also, es wird Überraschungen geben, da landet mal ein Team auf Platz zwei, womit wir nicht rechnen konnten. Ich hab versucht, das mit einzubeziehen und vielleicht irgendwie eine Überraschung mir aus den Fingern zu saugen, aber konnte ich jetzt hier in dem Fall auch wieder nicht, weil ich seh die Eagles auch deutlich noch vor den anderen. Ich glaub, dass die Cowboys durchaus Chancen haben, aber das ist auch, glaub ich, eine Division, wo fast nie sich der Sieger wiederholt, ne, aus dem Vorjahr. Selten, ja. Ich glaube, irgendwie ist da was mit der NFC East. Und ich glaube, dass es nicht die Cowboys nochmal werden. Dafür, glaub ich, sind die Eagles zu stark. Ist auch auf dem Papier das beste Team. Ich glaub, aber die Cowboys haben einen guten Roster. Und könnten vielleicht ... Ja, ja. Also, auf jeden Fall werden sie lange mitspielen um den ersten Platz. Redskins und Giants hab ich auch nur als Außenseiter. Ja. Wie gesagt, das wird alles bestimmt genau so kommen, wie wir das jetzt prophezeit haben. Aber was auch so kommen wird, sind die ganzen Leader in den einzelnen Statistikwerten. Wir fangen an mit dem Rushing Leader. Da fang natürlich ich an, das ist klar. Muss so sein. Absolut. Ezekiel Elliott war's letztes Jahr. Er hat jetzt, wir haben drüber gesprochen, sehr viel Geld bekommen. Und ich glaube, dass das einen gewissen Einfluss auf diese Statistik haben wird. Positiv oder negativ? Für ihn negativ, weil ich glaube, sie werden ihn nicht so komplett verheizen wie die letzten Jahre. Ich glaube, seine Volume wird ein bisschen runtergehen. Dazu hast du mit Tony Pollard noch einen Rookie in den eigenen Reihen, der eine gute Third-Down-Alternative ist. Ich glaube, er wird einfach weniger Rushing-Attempts bekommen. Platz zwei war letztes Jahr einer, der diesen zweiten Platz hinter einer schlechten O-Line geholt hat. Diese O-Line wird wiederum verbessert sein. Und ich glaube, dass derjenige auch noch mehr Rushing-Attempts als letztes Jahr bekommen wird. Hatte so rund 40 weniger als Elliott. Und er wird noch ein zentraler, also noch mehr im Fokus der Offense sein. Wird sich, glaube ich, selber vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln. Kommt nämlich erst in sein zweites Jahr. Und heißt Saquon Barkley und wird der Rushing-Leader 2019 sein. Und ja, ich weiß, Defenses werden die Box vollstellen gegen die Giants. Aber trotzdem glaube ich, dass Volume, individuelles Talent plus die verbesserte O-Line dazu beitragen werden, dass dieser Tipp eintrifft. Können wir, glaube ich, kurz machen. Weil ich habe auch Barkley an der Eins mit der einzigen Frage eben, gegen wie viele Stackboxes muss er laufen? Das war letztes Jahr mit knapp 23 Prozent von seinen Runs ziemlich genau im Mittelfeld. Und sehr wichtig, dass die Giants das auch nicht allzu hoch gehen lassen. Aber eben gerade die Volume bei Elliott wird ein Thema sein. Der hat ja jetzt in seiner NFL-Karriere drei Jahre gespielt. In einer Saison hat er ja länger gefehlt. In den anderen beiden jeweils 15 Spiele gemacht in beiden Jahren, über 300 Runs. Und diesen Pace kannst du eigentlich nicht hochhalten. Das sehe ich auch so. Deswegen für mich auch relativ klar dann doch, also ich habe da eigentlich nicht groß überlegt, war es dann doch Saquon Barkley. Deswegen können wir vielleicht über einen Überraschungskandidaten sprechen, den mir noch so während der Recherche eingefallen ist. Und das ist Mark Ingram von den Ravens. Nein. Also ganz klar, Lamar Jackson wird einen ordentlichen Teil der Runs in dieser Offense selbst übernehmen. Das muss man mit dazu berechnen. Aber in dieser Offense letztes Jahr oder in der Variante dieser Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben, also ab Woche 11 dann in der Regular Season, hatte Gus Edwards im Schnitt immer noch 17,4 Runs pro Spiel. Und wir wissen einfach, dass die Offense freie Runs für die Running Backs, freie, einfache Yards kreieren wird, weil eben diverse Reed-Elemente eine Rolle spielen werden und die Defense den Quarterback als Runner berücksichtigen muss, was dann die Zahlen im Blocking aus Sicht der Offense vereinfacht. Und das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesehen. Kurze Frage, gibt es dann bei den Kansas City Chiefs Andy-Reed-Elemente? Wow. Wow. Dafür musste ich dich unterbrechen, weil sonst hätten wir den Bezug nicht mehr gehabt. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich versuche, darüber hinwegzugehen. Wir haben das letztes Jahr mit Gus Edwards eben gesehen, weil unter allen Running Backs mit mindestens 130 Runs hatten nur Todd Gurley und Frank Gore prozentual weniger Runs gegen acht oder mehr Spieler in der Box als Gus Edwards. Das heißt, Edwards ist viel gelaufen und die, wenn sie es wussten, dass die Ravens laufen wollen, trotzdem hat er vergleichsweise häufig eine leichte Box gegen sich. Und wir gehen natürlich bei den Ravens davon aus, dass das Run-Game noch deutlich vielseitiger, noch effizienter sein wird, nachdem sie jetzt eine Offseason lang Zeit hatten, um diese neue Offense 1 zu studieren. Und wenn ich hier einen Überraschungskandidaten picken müsste, und ich habe mir ja natürlich auch gedacht, dass du Barclay auch an 1 hattest, und für mich ist er auch die klare 1. Aber wenn ich einen Überraschungskandidaten picken müsste, dann glaube ich, dass Mark Ingram dieses Jahr überraschen könnte. Okay, jetzt kommen die Argumente dagegen. Gus Edwards, Justice Hill. Und ich glaube, ich habe noch einen vergessen. Ist da nicht noch ein Running Back? Haben die nicht auch einen auf IR gesetzt? Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Also klar, da gibt es viele, viele Mäuler zu stopfen, was es jetzt gerade bei den Giants dann zum Beispiel nicht geben wird. Aber es wird auch viele Runs geben in dieser Offense. Ja, aber ich glaube, also die halten nach allem, was ich gehört habe, von Justice Hill verdammt viel. Gus Edwards harmoniert super mit Lama Jackson, hat super in dieser Offense funktioniert, wie du schon gesagt hast. Mark Ingram mag vielleicht der beste Runner aktuell sein, aber ich glaube, dass am Ende die Volume für ihn alleine nicht ausreichen wird, um in der Gesamtstatistik eine Rolle zu spielen. Ich glaube schon, dass die Offense an sich vielleicht am Ende die meisten Rushing Yards als Offense produziert. Davon würde ich fast ausgehen, ja. Aber ich glaube nicht, dass ein individueller Spieler in dem Backfield so viele Rushing Yards haben wird. Dafür ist er mir auch nicht explosiv genug, ehrlich gesagt. Das ist halt die große Frage, wie sie diese Runs aufteilen. Klar, wenn er wirklich richtig viele Rushing Attempts, also sagen wir mal, wenn er 250, bitte, wie viel? 250 habe ich auch gesagt. Ach, haben wir die gleiche Zahl gesagt. Sagen wir mal, wenn er 250 Rushing Attempts bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass er da ganz, 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 ganz weit oben landen wird. Ich gehe aber nicht davon aus. Genau, das ist eben so ein bisschen die Frage. Wenn wir jetzt aber mal so schauen auf andere Teams letztes Jahr, die verschiedene Running Backs eingesetzt haben, also die Bears beispielsweise, mit Terry Cohen natürlich vor allem, da hat ein Jordan Howard am Ende auch 250 Runs bekommen und mit Stubisky läuft ja durchaus auch einiges. Und die Bears haben auch den Ball gerne geworfen. Also ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass Mark Ingram 250 Runs bekommt, aber so, dass der über 200 sein wird, würde ich schon mal sagen. Das wird dann eben, wie gesagt, nicht reichen, um den Rushing-Titel zu holen, wenn er 210 Runs oder was auch immer bekommt. Aber eben, ich glaube, dass der so ein bisschen ein Überraschungskandidat ist. Wer ist denn dein Überraschungskandidat bei den Receiving-Liedern? Ja, mal schauen, ob es ein Überraschungskandidat ist. Ich habe das versucht, anhand der letzten Saison mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Wir hatten letztes Jahr fünf Spieler mit, also fünf Receiver mit über 150 Targets. Das waren die Andre Hopkins, Juju Smith-Schuster, Devante Adams, Antonio Brown und Julio Jones. Jones hat die Liga angeführt in Yards mit knapp 1700, hat auch die meisten Targets bekommen vor Hopkins und dann Mike Evans und Tyreek Hill. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da auch eben diesen Big-Play-Faktor mit einbeziehen, ganz klar. Also gerade Mike Evans hatte zum Beispiel fast 30 Targets weniger als Juju und 25 Catches weniger, hatte aber 100 Yards mehr. Tyreek Hill sogar 30 Targets weniger als Juju oder Devante Adams, über 30 Catches weniger als Michael Thomas, trotzdem mehr Yards als alle von denen. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, eben diese Mischung zu finden. Also welche Offense wird viel werfen, gleichzeitig dem Receiver viele Targets geben, aber eben dann auch einen Receiver haben, der auf der einen Seite Big-Plays liefert und vertikale Routes läuft, auf der anderen Seite aber auch darüber hinaus eine prominente Rolle in der Offense hat. Und ich glaube, dass Tyreek Hill einige seiner explosiven Plays an Nicole Hartman verlieren wird. Ich glaube, dass die Andre Hopkins mit Will Fuller und dann auch Kenny Stills, dass er da mehr Entlastung bekommen wird, dass die Packers mehr laufen werden und dass da auch die anderen Receiver ein bisschen ein größeres Stück vom Kuchen bekommen. Und im Endeffekt für mich waren es dann zwei Kandidaten, nämlich Julio Jones. Und da sehe ich das Argument, dass der Kötter zurück ist in Atlanta. Das heißt, wir werden ein vertikaleres Passspiel sehen. Der wird auch dementsprechend mehr Big-Plays haben und auch weiter eine Yards nach dem Catch-Waffe sein, ganz, ganz klar. Aber ich habe mich am Ende für Mike Evans entschieden. Adam Humphreys und Sean Jackson sind weg in der Offense. Ja. Und während diese Humphreys-Rolle, diese Slot-Kurzpass-Rolle, denke ich, am ehesten von Chris Godwin und den Titans ausgefüllt werden wird, wird Evans, glaube ich, immer noch deutlich, deutlich über 100 Targets stehen und wahrscheinlich gleichzeitig vertikal eine größere Rolle einnehmen, in einer Offense, der ich eben dann in der Hinsicht deutlich mehr zutraue. Und deswegen vielleicht für ihn ein bisschen eine ähnliche Reception-Zahl wie letztes Jahr, wo ja die Offense durchaus auch echt Durchhänge hatte, aber mehr Big-Plays und dadurch dann in der Summe mehr Yards. Und du meinst, James Winston trifft ihn dann auch tief? Ich glaube, er wird häufiger offen sein. Und deswegen wird es leichter sein, für Winston ihn tief zu treffen. Ach, der Sean Jackson war auch sehr häufig tief offen. Ja, der ist selber zu klein. Und zu schnell. Das konnte James Winston nicht berechnen. Das war ja nicht zu schnell. Er ist kalibriert, ja. Ja, finde ich spannend. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ich habe es mir am Ende ein bisschen einfacher gemacht. Ich gehe wieder mit der Nummer zwei vom letzten Jahr. Ich gehe mit DeAndre Hopkins. Ja, er wird ein bisschen Entlastung bekommen, weil er auch mehr potente Receiver um ihn herum irgendwie versammeln kann. Das wird ihm vielleicht nicht unbedingt helfen. Was ihm aber helfen wird, ist, glaube ich, er wurde auch das letzte Jahr wieder so häufig in Double-Coverage genommen. Und die haben alles versucht, nur um diesen Spieler zu verteidigen. Weil jeder wusste, das ist eine Two-Man-Show, Watson und Hopkins. Und das kannst du jetzt nicht mehr so einfach machen, weil dann lässt du Kyle Fuller tief offen, dann lässt du Kiki Cutie offen oder einen Kenny Stills oder einen Duke Johnson. Das kannst du so nicht mehr machen. Und ich glaube, dass Hopkins mehr 1-gegen-1-Situationen haben wird. Und in 1-gegen-1-Situationen ist er unglaublich stark. Er wird weiterhin viele Targets bekommen, vielleicht nicht mehr so viel wie letztes Jahr. Dafür mehr Big Plays. Und dann, glaube ich, am Ende auch dadurch mehr Yards. Und deswegen wird er der Receiving Leader kommende Saison. Ich sieh's ja, ich hab's genau, dann genau umgedreht betrachtet bei Hopkins. Nämlich, dass ich denke, dass mit diesen Waffen jetzt, gerade ein Duke Johnson ja eben eine Waffe, die die Texans so letztes Jahr nicht hatten. Er wird die Offense auch besser machen. Aber davon profitiert Hopkins auch. Aber ich glaube, dass das ein zentraler Effekt davon eben sein wird, dass Watson den Ball besser verteilt. Und dass er den Ball auch schneller los wird eben. Und deswegen glaube ich, dass Hopkins nicht mehr an diese 159 Targets rankommt, sondern vielleicht eher 130, so was in der Richtung, 135. Und damit dann eher so, sagen wir mal, vielleicht nicht knapp 1.600 Yards, sondern knapp 1.500 Yards am Ende hat. Naja, also er hatte ja im Schnitt, mit was hab ich ausgerechnet in der letzten Folge, 171 Targets im Schnitt die letzten Jahre. Mit Playoffs wahrscheinlich dann noch, ne? Also ich hab jetzt nur Regular Season gecheckt. Also letztes Jahr 159 in der Regular Season. Ja, dann wahrscheinlich die Postseason noch mit dabei. Ja, schauen wir mal, wer am Ende recht hat. Wir kommen jetzt zu den Passing-Führenden, oder die, die es sein werden. Da kommen viele in Frage, wie ich finde. Da hätte ich auch, glaube ich, würfeln können. Ich hab dann mir ein bisschen, ein bisschen mir Mathematik geholfen. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt einen Spieler, der im Schnitt so häufig geworfen hat, wie Patrick Mahomes. Aber insgesamt weniger und im Schnitt auch einen Jard kürzer. Aber zum Beispiel auch weiter als Big Ben, der diese Statistik letztes Jahr angeführt hat. Und Folgendes wird sich dieses Jahr für diesen Quarterback ändern. Er wird etwas mehr Pässe pro Spiel machen. Und ich glaube, er wird auch weitere Pässe im Schnitt werfen. Denn er hat insgesamt bessere Receiver zur Verfügung. Und er hat vor allem auch einen, der endlich mal das Feld in die Länge zieht. Der auch tief gehen kann. So einen hatte er vorher nicht. Insgesamt ist um ihn herum eine Offense, wie ich finde, die ohne Lücken ist. Und deswegen wird das eine ganz starke Saison, auch aus Passing-Sicht, für Carson Wentz. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, mit dem einzigen Fragezeichen, dass ich glaube, dass die Eagles immer noch auch einen guten Anteil an Rushing-Plays haben werden. Ja, das war auch das Argument, was ich in meinem Kopf hatte, was so ein bisschen dagegen gesprochen hat. Deswegen habe ich mich auch nicht so leicht getan. Ich glaube aber, dass die Offense am Ende so viel Total Stats, Total Yards produzieren wird, dass halt auch viel für die Passing-Offense übrig bleibt. Ich habe es ganz langweilig gemacht. Ich habe den Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr genommen, nämlich Patrick Mahomes, der letztes Jahr schon über 5000 Yards hatte. Nur Ben Roethlisberger hatte noch mehr. Aber Roethlisberger ja auch mit dieser absurden Zahl von 675 Pässen, was sich glaube ich auch nicht wiederholen wird. Ich denke eben, dass die Chiefs eine Defense haben werden, die eben gerade auf Cornerback massive Fragezeichen mitbringt und dann die Folge daraus werden viele Shootouts sein. Mahomes letztes Jahr schon mit den siebtmeisten Passversuchen, nur, muss man dann ja sagen, über 5000 Yards eben. Und das ist eben für mich nach wie vor die explosivste Offense mit wahnsinnig viel Speed, mit Mahomes eben auch als Playmaker selbst. Deswegen glaube ich, dass das im Endeffekt Mahomes sein wird, mit der, ja, vielleicht auch wieder an der 5000 Yards Marke kratzt. Sackleader. Wen hast du? Finde ich schwer. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Habe ich mich echt ein bisschen schwer mitgetan. Aber ich bin dann zu einem Team gegangen, wo ich, was ich vorhin schon mal so leicht angeteast habe, und wo ich einfach glaube, dass die Defense sehr, sehr, sehr gut sein wird. Und nochmal deutlich besser als letztes Jahr. Und das sind die Denver Broncos. Und das ist Von Miller. Und ich glaube, dass die unter Vic Fangio werden die wahnsinnig unangenehm sein. Die werden in der Secondary brutal schwer zu lesen sein. Wir haben gesehen, was Vic Fangio letztes Jahr mit einem Khalil Mack gemacht hat. Und man kann argumentieren, dass Von Miller rein als Passrusher noch sogar besser ist als Khalil Mack. Deswegen glaube ich, dass Von Miller dieses Jahr eine sehr, sehr gute Chance auf diesen Award hat. Wobei ich finde, dass der Sackleader auch wirklich der am schwersten, oder mit am schwersten, zu prognostizierende ist. Ja, weil am meisten Glück noch mit einer Rolle spielt. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden den Quarterback-Pressure-Leader vorhersagen, wäre es etwas einfacher als den Sackleader. Könnte ich mir vorstellen. Bisschen wahrscheinlich, ja. Zumindest ist er stabiler von Jahr zu Jahr so. Sacks prognostizieren keine Sacks. Sondern wenn ein Spieler viele Quarterback-Pressures hat, ist es wahrscheinlicher, dass er viele Sacks hat, aber halt nicht vorausgesetzt, weil ganz oft ist es auch so, wenn du den unter Druck setzt und der Quarterback kann abhauen sozusagen, dass dann jemand anderes vielleicht den Sack kriegt. Wie auch immer. Ich hab mir ja hier auch wieder ein bisschen Mathematik zur Hilfe geholt. Mein Spieler, den ich ausgewählt habe, hatte letztes Jahr nur die 100 meisten Quarterback-Pressures. Nämlich nur 28. Hat aber auch nur sieben Spiele gemacht. Und Pro Football Focus rechnet so eine Art Durchschnitt aus, wie oft man den Quarterback unter Druck gesetzt hat im Verhältnis zu der Anzahl der Pass-Rushing-Snaps, die man gespielt hat. Und da war er sehr produktiv, denn da war er auf Platz 8. Zum Beispiel ein gleicher Wert, einen gleichen Wert erreicht wie ein Khalil Mack. Dazu kommt, dass er nicht ständig gedoppelt wird, weil auch der Rest dieser Defensive Line sehr, sehr stark ist. Und, und das ist das entscheidende Argument, er ist, soweit ich weiß, fit aktuell. Und das ist bei ihm was Besonderes. Und wenn der ein Jahr durchspielt und vor allem auch in der Vorbereitung mal fit war, wird Joey Bosa dieses Jahr dominieren? Findest du nicht? Kann ich mir vorstellen. Also, kann ich mir absolut vorstellen. Wie gesagt, wird auch eine super Defense sein. Ich hatte sie vor der Devin James-Verletzung als meine Nummer 1 Defense prognostiziert für die kommende Saison. insofern starker Passrush. Sie haben jetzt endlich auch einen Interior-Passrusher mit Jerry Tillery, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Insofern, das kann sehr, sehr gut eintreffen. Wie gesagt, ich finde Passrusher ist, also Sackleader ist wahnsinnig eng alles beieinander, aber Bosa kann man durchaus für argumentieren. Offensive Rookie of the Year. Ich lasse dich an dieser Stelle anfangen, weil ich weiß, wen du nimmst und ich würde gerne die Alternativ-Version bringen. Ja, ich glaube, das können wir auch relativ schnell machen, weil da gibt es, denke ich, nicht so viele Optionen. Wir können ja danach nochmal kurz über ein, zwei andere Optionen sprechen, aber ich habe Kyler Murray, also meinen Offensive Rookie of the Year, die Kombination einfach aus Week-One-Starter, er ist Quarterback, das heißt sehr, sehr im Rampenlicht. Wir werden garantiert Highlight-Plays von ihm bekommen, ob das jetzt als Runner oder als Passer ist im Laufe der Saison. Er spielt in der Offense, die ihm viele Möglichkeiten geben wird und er sollte einen vergleichsweise einfachen Übergang in puncto Playbook vom College eben zur NFL haben, weil es ein ungewöhnlich hohes Maß an Überschneidungen geben wird. Dementsprechend würde mich da alles andere tatsächlich doch überraschen. Also da müsste Murray schon wirklich eine schlechte Saison unterm Strich spielen. Würde mich auch überraschen, aber falls irgendetwas mit ihm passiert, sei es eine Verletzung oder eben diese, ich nenne es jetzt einfach mal ganz plump, College-Offense funktioniert einfach nicht in der NFL, ist unwahrscheinlich, aber es kann ja sein, dass diese Offense insgesamt einfach nicht so gut performt oder dass er aus irgendwelchen Gründen schlechter ist, als ich das aktuell erwarte. Und die Alternative wäre für mich Josh Jacobs. Auch das kann ich, glaube ich, kurz machen, weil es ist das perfekte Match aus der Möglichkeit, die sich ihm bietet und dem Talent, was er mitbringt, ist für mich der kompletteste Running Back im Draft gewesen. Wird viel, viel Volume bekommen, weil keine Konkurrenz auf der Position in dem Sinne, dazu ein First-Round-Running-Back. Ein Team gibt keinen First-Round-Pick her, um den dann viel auf die Bank zu setzen. Er wird wahnsinnig viel Volume bekommen, er hat eine etwas verbesserte Line zur Verfügung, als die Running Backs der Raiders in den letzten Jahren. Er wird dazu auch noch viele Targets bekommen, weil er hat einen Quarterback, der es liebt, kurz zu werfen, der es liebt, auf Running Backs zu werfen, gerne auch als Checkdown und mit dem Ball in der Hand ist Josh Jacobs wirklich sehr, sehr stark, weil er kann die Gegner entweder horizontal aussteigen lassen oder umtrucken. Wie gesagt, ein sehr kompletter Back. Da wird sehr viel Fokus drauf sein, er wird auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, eben als Running Back, als First-Round-Pick. Deswegen ist das so die erste Alternative neben Kyler Murray für mich. Ja, wäre jetzt auch meine Nummer zwei gewesen. Ich denke, die anderen, also ich sehe keinen Wide Receiver, der eine realistische Chance hat. David Montgomery ist sicher auch ein Kandidat, der Running Back jetzt von den Bears, der eben einfach in einer deutlich besseren Offense spielt als Josh Jacobs, wird dabei im Gegenteil nicht die Volume bekommen. Außenseiter-Pick, deutlicher Außenseiter-Pick, aber so einer, den ich dann in den, das ist die klare Top 3, aber den ich dann so dahinter ein bisschen noch mal im Hinterkopf hätte, wäre eben so Miles Sanders zum Beispiel, der müsste halt in Philadelphia der klare Starter natürlich werden. Wenn er das jetzt relativ schnell schaffen sollte, dann spielt er natürlich in einer super Offense und in einer guten Offense zu verleihen und in einem Scheme, das ihn gut einsetzen wird, dann wird der auch Stats auflegen. Aber realistisch betrachtet, alles außer Kyler Murray und Josh Jacobs wäre eine Überraschung. Montgomery wäre noch für mich so in diesem, grob in dieser, in dieser Range mit drin, wo ich jetzt sage, wenn es Montgomery will, dann wäre ich jetzt auch nicht komplett geschockt, aber an sich gehen wir eigentlich alle von Murray oder Jacobs aus. Defensive Rookie of the Year, den habe ich schon mal angekündigt, den habe ich prognostiziert, da hat sich bei mir auch nichts dran geändert und das ist Devin Bush von den Pittsburgh Steelers, der Linebacker. Auch hier das perfekte Match aus Möglichkeit und Talent, füllt ein Riesenloch bei den Steelers, wird sofort ein ganz sicherer Starter sein, viel auf dem Feld sein. Für mich der talentierteste Linebacker im Draft gewesen. In der Preseason hat man gesehen, wozu er imstande ist. Super explosiv, hohe Spielintelligenz, ist irgendwie gefühlt immer einer der Ersten beim Geschehen, außer es war jemand deutlich näher dran als er, wird deswegen, glaube ich, sowohl ein paar Big Plays liefern, also auch gerne mal einen Running Back hinter der Line of Scrimmage stoppen, er wird aber vor allem auch Tacklings am laufenden Band liefern. Vielleicht lässt er ein paar Big Plays im Passing Game zu, aber trotzdem wird der ja eine Riesenaufmerksamkeit einfach so wie Darius Leonard letztes Jahr mit den unglaublich vielen Tackles, die er gemacht hat und ich glaube, Devin Bush wird auch unglaublich viel tacklen, weil er immer so schnell da ist, wo der Ball ist und deshalb wird er auch Defensive Rookie of the Year. Ist halt bei Linebackern so ein bisschen das Äquivalent zum Quarterback in der Offense, sehr prominent einfach, also du siehst dann halt, okay, der hat halt so viele Tackles und der fällt dir auch auf, wenn du die Spiele schaust, halt mehr als jetzt wahrscheinlich ein Cornerback, der halt oft nicht im Bild zu sehen ist, ganz einfach gesagt. Und dann auch der Ball nicht in seine Richtung geht, wenn er seinen Job richtig gut macht. Genau, also deswegen ist der Linebacker sicher eine gute Wahl, deswegen habe ich auch den anderen einfach genommen, Devin White, der Linebacker von den Buccaneers. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen mit den Todd Bowles Defenses befasst in Arizona und dann bei den Jets und der war in den, jetzt in diesen letzten sechs Jahren, war der konstant mit dabei, mindestens einen seiner Linebacker eben regelmäßig blitzen zu lassen und auch mindestens einer von den beiden hatte häufig über 20 Quarterback Pressures in einer Saison. Zweimal sogar, einmal bei den Jets, einmal in Arizona noch, war das jeweils ein Doppelpack, also dass zwei Linebacker so um oder über die oder über 20 Quarterback Pressures zusammen hatten, jeweils in einer Saison. Die Bucs werden viel blitzen, sie haben die Defensive Line mit wieder Weyer und ein Damokong Suh, um eben auch Räume für die Linebacker frei zu schaufeln. Was ich also eben glaube, was da passieren könnte, ist, dass Tempers Pass Rush vor allem über den Blitz funktioniert, dass Suh und Weyer überdurchschnittlich häufig als Two-Gapper eingesetzt werden, also um eben Platz frei zu räumen, damit dahinter Devin White von Blockern freigehalten wird und auch so seine Explosivität einsetzen kann und wenn der dann am Ende irgendwie, und das finde ich nicht unrealistisch, wenn der am Ende irgendwie so 25, 28 Pressures und davon irgendwie acht Sacks oder sowas hat, dann ist das für mich auch ein sehr, sehr heißer Kandidat. MVP. Den müssen wir auch noch vorhersagen. Also wenn ich konsequent wäre, müsste ich Carson Wentz nehmen, wenn der die meisten Passing Yards macht, wenn die Offense so stark wird, wie ich immer sage. Ich probiere aber was anderes und zwar bis es klappt. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Mehrere Quarterbacks spielen gut, spielen sehr gut, aber keiner ist so richtig der Überrag, keiner wächst über sich hinaus, keiner wirft 5000 Yards, keiner 50 Touchdowns, aber einer dominiert. und vielleicht noch mehr als die letzten beiden Jahre, weil kann ja sein. Und das ist einer, der es schon seit Jahren eigentlich verdient hätte, weil er der beste Spieler der NFL ist mittlerweile. Aaron Donald. Mutig. Ja, ich weiß. Wie gesagt, Carson Wentz müsste ich konsequenterweise nehmen, weil, wie gesagt, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass wenn das alles so eintrifft, ich habe ja letztes Jahr den Fehler gemacht, ich hatte ja die Bold Prediction, die Kansas City Chiefs Offense gehört zu den Besten der Liga, irgendwie zu den Top 5, habe ich glaube ich gesagt, das war damals noch relativ bold, weil man noch kein NFL Spiel von Patrick Mahomes gesehen hat und habe dann nicht Patrick Mahomes als MVP genommen. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich konsequenterweise Carson Wentz nehmen, aber ich will, dass Aaron Donald es wird und deswegen sage ich das jetzt. Da passt eigentlich genauso meine ersten Stichpunkte, die ich mir bei MVP gemacht habe, nämlich, dass ich mir nochmal bewusst gemacht habe, dass ich bei MVP-Fragen eigentlich nur Quarterbacks ernsthaft in Erwägung ziehe. Ja, ja, ist ja auch klar. Macht auch Sinn. Ja, genau. Es ist halt einfach eine extreme Passing-Liga. Der Quarterback ist die wertvollste Position, ist die auffälligste Position. Also man bräuchte dann wirklich schon das Szenario, was du gerade gesagt hast, kollektives Down-Year, was Passing-Offenses angeht, kein Quarterback, der so richtig heraussticht, damit er eben dann zum Beispiel Aaron Donald eine Chance hat und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir so ein Jahr in der absehbaren Zukunft in der NFL nochmal sehen werden. Deswegen tippe ich drauf, dass wir einen MVP-Repeat sehen, nämlich, dass Patrick Mahomes seinen Titel verteidigt, mit noch mehr Waffen jetzt, mit noch mehr Verständnis der Offense, mit vielleicht sogar wirklich noch einem Schritt nach vorne in seinem zweiten Jahr. Also ich sehe nicht analytisch keinen Grund, warum die Chiefs-Offense irgendwie abfallen sollte und ich sehe das auch bei Patrick Mahomes einfach nicht. Alternativen für mich, habe ich auch Carson Wentz mal notiert. Ich glaube auch, dass Baker Mayfield eine Außenseiter-Chance hat, wenn diese Browns-Offense wirklich extrem abgeht. Aaron Rodgers muss man sicher auf dem Zettel haben, aber auch natürlich mit massiven Fragezeichen, wenn diese Offense nochmal so das Beste aus Aaron Rodgers rausholt, gewissermaßen. Aber für mich war es relativ klar dann Mahomes an der Spitze. Ja, Mahomes war mir zu langweilig, du kennst mich. Aaron Rodgers hätte ich auch noch gern so als kleinen Surprise-Tipp genommen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn das alles so gut funktioniert, wie es funktionieren kann, theoretisch. Aber kommen wir zum Superbowl-Tipp. Ich glaube, die Welt kennt deinen schon, zumindest die Welt, die deine Box-Artikel verfolgt. Die meisten wahrscheinlich, ja. Soll ich es einfach schnell mal sagen? Hau raus. Für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Also ich tippe auf die Chiefs gegen die Eagles. Für mich das Duell eben beste Offense gegen potenziell komplettestes Team der Liga. Auch einfach zwei unheimlich intelligent geführte Teams-Moment, was die Kaderzusammenstellung angeht, aber auch eben in puncto Schemen, Playdesigns, generell Nutzung von Analytics, all diese Sachen. Und warum haben die Chiefs dann die Secondary so außen vor gelassen, wenn das so gut geführt ist? Das wird sich noch zeigen. Chiefs Stephens hat, wie gesagt, haben wir ja schon oft jetzt thematisiert, hat natürlich diese Fragezeichen. Bei den Eagles muss man schauen, ob Carson Wentz fit bleibt, ob er auch an seine Entwicklung anknüpft und auch bei den Eagles Secondary, Cornerback noch so ein bisschen ein Thema. Ich habe noch, ich habe quasi eine Alternative noch dahinter, was so meine zweite Option wäre, die sage ich jetzt mal noch nicht, bevor du mal deine Sache, deinen Tipp gesagt hast. Ich habe auch zwei Optionen. Sehr gut, sehr gut. Für mich ist natürlich auch eine Bauchgefühlsache. Ich glaube, die Chiefs machen dieses Jahr noch diesen Schritt nach vorne und ich bin einfach sehr, sehr großer Fan von den Eagles dieses Jahr. Ich glaube, die werden richtig, richtig gut sein. Ich habe eine Wunschvorstellung, eine, die wirklich nur auf subjektiven, ja, auf einer subjektiven Meinung oder im subjektiven Verlangen beruht und eine, die so gut es eben geht, objektiv ist. Objektiv geht es natürlich nicht, aber die ist am konsequentesten, wenn ich mir angucke, wen ich auf dem Papier halt am besten finde. Welche soll ich zuerst nennen? Soll ich mal deine Wunschraten? Die kennst du, glaube ich, aber raten wir mal. Also, das wären sicher die Browns? Nee, nicht so, nicht der, nicht der reine Teamwunsch. Ach so. Szenario-Wunsch. Wunsch-Szenario? Puh. Nee, dann nicht raus. Hab ich dir tatsächlich schon mal bei einer gemeinsamen Aufnahme für The Zone verraten? Was? Hab ich mir vergessen. Ich sag's einfach. Ein Altherren-Superbowl. Die New Orleans Saints gegen die Los Angeles Chargers, Phillip Rivers gegen Drew Brees wäre für mich die absolute Wunschvorstellung. Ich hab die Saints die letzten zwei Jahre als Superbowl-Sieger getippt. Ich würd's dieses Jahr eigentlich auch gerne wieder machen. Das ist so meine Wunschvorstellung. Und jetzt kommen wir zu meinem eher realistischen Tipp oder meinem konsequenteren Tipp. Und das sind im Prinzip ähnliche Argumente wie bei dir. Zwei sehr gut geführte Teams mit gut aufgestellten Teams. Das sind die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles. Mhm. Ähm, ähm, ich muss einfach, ja, ich weiß die Patriots in den Superbowl zu tippen ist langweilig. Ähm, ich glaube aber einfach die Patriots haben auf dem Papier das stärkste Team in der AFC die, und das hatten die letzten Jahre nicht immer und haben es trotzdem ziemlich häufig in den Superbowl geschafft. Ähm, und jetzt haben sie einfach einen super ausgeglichenen Roster, einen sehr spannenden Roster auch. Die Eagles, da hast du schon eigentlich alles zugesagt, aber ich hab die Patriots gegen die Eagles. Was auch wieder zeigt, wie, äh, wie eigentlich diese Spitzengruppe aussieht, nämlich meine Alternative wäre Patriots gegen Saints gewesen. Das wäre mein der Superbowl, den ich quasi dahinter sehen würde. Ähm, ich glaube auch, dass die Patriots richtig, richtig stark sein können, dass die Defense vor allem richtig stark sein kann. Das darf man nicht unterschätzen, ähm, auch wenn es natürlich mit ein bisschen mehr Fragezeichen, aber könnte auch wieder richtig, richtig gut sein. Und die Saints, da ist für mich halt wirklich die größte Frage, ist der Arm von Drew Brees, hat der noch ein Jahr in sich? Weil wenn die Antwort da ja ist, dann äh, sehe ich die Saints in puncto kompletter Kader jetzt nicht irgendwie groß hinter den Eagles. Also ich finde, die Saints sind dann nicht, sind selbst mittlerweile ein Team, was man, was man da auf der Rechnung haben muss, was nicht ganz so die Tiefe hat wie die Eagles und nicht ganz auf dem Level ist, aber halt auch nicht weiter hinter. Und deswegen wäre das meine zweite Wahl gewesen. Also ich sehe eben, um diesen Gedanken von vorher nochmal fertig zu machen, zwei Contender-Teams konkret, zwei wirklich enge Contender-Teams in der AFC und das sind halt die Chiefs und die Patriots und in der NFC sehe ich im Prinzip drei, ähm, mit den Saints, den Eagles und den Rams, aber die Rams halt nochmal ein Schrittchen dahinter, also so die Saints und, und die Eagles so als, als die, äh, die beiden Schwergewichte gewissermaßen. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt. Bold Predictions. Bin ich, äh, gespannt, ob's dir bold genug ist. Bin ich auch gespannt. Lass, ey, ich hau direkt mal eine raus. Ich soll direkt eine raushauen? Die erste Bold Prediction von Adrian Franke für diese Saison. Ich bin ganz aufgeregt. muss, äh, muss auch kurz aufpassen, weil ich, das hat eine, das hat eine Mini-Einleitung dazu, um's zu erklären. Also, 20 Minuten, oder? Das klingt jetzt so, das klingt jetzt so groß. Nein, 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 nein. Ähm, pass auf, in der NFL gab's bisher all-time insgesamt elf, 5000 Passing-Yard-Seasons. Also, elfmal hat ein Quarterback in einer Saison 5000, über 5000 Passing-Yards geworfen. Verstanden. Zweiter von letztes Jahr, ähm, Patrick Mahomes, Big Ben. Ja. Es gab bisher ein einziges Mal in einer Saison drei. Also, dass drei Quarterbacks das in einer Saison geschafft haben. Das war 2011 mit Breeze Brady und Matt Stafford. Meine Bold Prediction ist, dass wir 2019 Geschichte schreiben und dass fünf Quarterbacks mehr als 5000 Passing-Yards am Ende haben werden. Vier war dir, vier war dir nicht bold genug? Nee, nee, genau. Deswegen geh ich auf fünf. Ja, doch. Ich hab mir sogar ein paar, äh, ich hab mir sogar ein paar Namen notiert. Natürlich. Ich glaub, dass Mahomes das schafft, dass Big Ben das wieder schafft. Dann glaub ich, dass Matt Ryan das dieses Jahr schaffen kann. Ich glaube, dass Jared Goff das schaffen kann, wenn die Offense wirklich gut funktioniert. Und dann dahinter so eine Gruppe aus Aaron Rodgers, Baker Mayfield, Phillip Rivers, Drew Brees, so diese, diese Kategorie. Deswegen glaub ich, wir hatten elf, gab's bisher. Ich glaub, wir werden fünf in meiner Bold Prediction, fünf Quarterbacks werden in der kommenden Saison auf 5000 Yards schaffen. Finde ich eine super Bold Prediction, weil sie ist bold, aber sie ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, nicht komplett irrsinnig. Ich frag mich nur eine Sache, wenn Jared Goff die Chance aus deiner Sicht hat, 5000 Passing Yards zu erreichen, wieso wurde dann mein Pick in der Hörerliga so kritisiert. Das ist meine Frage an der Stelle. Das ist sehr, sehr fair. Das ist sehr, sehr fair, wahrscheinlich, weil es doch noch eine Bold Prediction ist. Nein, ich mein, also Goff war ja letztes Jahr nicht weit davon weg mit 4700 Yards. Also insofern ist das nicht komplett auszuschließen, gerade wenn vielleicht das Rungame, wenn sie das Rungame ein bisschen umstrukturieren und da vielleicht noch mehr über kurze Pässe irgendwie funktioniert. Meine erste Bold Prediction. Kennst du, glaube ich, auch schon. Ich habe dir irgendwann mal geschrieben, merkte die. Ich will die, ich will die, ich will die verwenden. In der Prediction-Folge. In keinem Spiel der Arizona Cardinals fallen weniger als 40 Punkte insgesamt. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Die ist kurz. Die ist kurz und knackig, die ist einfach zu verstehen, also damit ist sowohl Arizona gemeint, als auch der Gegner. Weil ich glaube, diese Defense ist im Vergleich zur Offense so viel schlechter, dass auch wenn die Offense nicht funktioniert, wird die Defense viele Punkte zulassen und aber auch die Offense wird Spiele haben, wo sie weit über, sagen wir mal, 25 Punkte landen wird. Und sobald zwei Teams 20 Punkte machen, wäre das schon erreicht. Findest du die Bold genug? Ich mag die. Ich finde die schön, weil wir reden hier von 16 Spielen, wo das der Fall ist. Also vielleicht jetzt vielleicht 45. Wenn du auf 45 hochgehst, dann dann gebe ich dir den Bold-Stempel. Überredet. So, weil ich glaube, ich glaube tatsächlich 40 ist fast zu konservativ, wenn man eben sieht, wie anfertig diese Defense sein sollte, gerade jetzt in den ersten sechs Spielen. Und wir haben viel 50 Punkte ist nicht wenig, ne? Klar, ist nicht wenig, aber ich meine, die Offense wird auch extrem viel mit Tempo spielen, also No Huddle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch eine hohe Anzahl an Plays von der Cardinals Offense sehen. Deswegen, oder wenn es halt schlecht läuft, eine hohe Anzahl an gegnerischen Offense Plays. Deswegen glaube ich, dass na gut, dass du dann musstest schon auf 45 gehen. Weniger als, es fallen nicht, nein, Moment, in keinem Spiel der Cardinals fallen weniger als 45 Punkte. Gut. Da, haben wir es. Deine zweite Bold Prediction. Meine zweite ist, ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, was du dazu sagst. Die meisten Rushing-Touchdowns für einen Quarterback in einer Saison hatte Cam Newton 2011 14 Rushing-Touchdowns. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Die meisten Rushing-Yards für einen Quarterback in einer Saison hatte Michael Wick 2006 mit 1039 meine Bold Prediction ist, dass Lamar Jackson diese beiden Rekorde in der kommenden Saison nicht nur bricht, also beide, ähm, sondern, dass er über 1100 Rushing-Yards und 16 Touchdowns, 16 Rushing-Touchdowns haben wird. Ja, finde ich gut. Ist dir das bold genug? Ich hab dich letztes Jahr ganz schön gekränkt damit, dass ich gesagt habe, wir sind nicht bold genug. Jetzt pfefferst du hier zwei raus, die wirklich, die haben's in sich. Die finde ich beide sehr, sehr gut. Ähm, sie sind schön bold, sie sind aber, wie gesagt, nicht kompletter Wahnsinn. Finde ich gut. Wie viele, sag nochmal die Zahlen, was schafft Lamar Jackson? 1100 Rushing-Yards und 16 Rushing-Touchdowns. Boah, das ist schon viel. 16 Rushing-Touchdowns? Mhm. Rekorde sind, wie gesagt, 14 von Cam in seiner Rookie-Saison. Heidewitzka. Äh, und dann hast du den nicht als MVP-Tipp? Gut, das ist die Frage, was da noch durch die Luft dann dazu kommt. Eben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine zweite und letzte Bold-Prediction ist wirklich nicht so mega, super, hyper bold. Aber ich finde sie bold. Ich hab auch nochmal auf die Wettquoten getippt. Ja, wir haben gerade unsere Superbold-Tipps genannt und ich habe ein Team nicht mit reingenommen, weil ich es tatsächlich sehr überraschend fände, wenn sie da in die Nähe kommen, wenn sie das da reinschaffen. Und ich leg einfach nochmal eine Schippe drauf, sie schaffen es nicht nur in den Superbowl. Meine Bold-Prediction ist, dass die Cleveland Browns den Superbowl gewinnen. Let's go! Und das findest du nicht bold? Sagen wir es so, sie ist bold, aber sie ist nicht überraschend, dass ich sie bringe. Ja gut, das kann sein. Oder? Das stimmt ein bisschen, passt aber natürlich, ist ein guter Abschluss des Cleveland Browns Off-Season-Hypes. Finde ich nämlich auch. Ich hatte das Gefühl, der ist so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Wochen. Muss man nochmal den Zug anschieben. Wir müssen nochmal schön Kohle reinschippen, nochmal richtig einheizen den Zug und dann geht's ab Richtung Superbowl-Party mit den Cleveland Browns. Der orange Fischerhut wird bestellt. Das war's mit der Prediction-Folge. Ansonsten, wir hatten viele News und viele Predictions. Ich blick gar nicht mehr durch, was wir jetzt in den letzten zwei Stunden alles gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich glaub, was wir vielleicht noch den Zuhörern dalassen können, ist ja, dass jeder mal, weil es uns hart oder so aussieht, aber dass jeder mal seinen Superbowl-Pick irgendwie unter den Folgenpost schreiben soll. Genau, macht das gerne bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt's auch unter das YouTube-Video schreiben, bei Facebook, auf der Homepage www.downsertalk.de, das sei an der Stelle nochmal erwähnt, da gibt's auch T-Shirts von uns zu kaufen, mehrere verschiedene oder Pullis, natürlich auch eine Tasse, die Downsertalk-Tasse. und da gibt's dann auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu supporten. Das soll's für diese Woche gewesen sein, das soll's für die Off-Season gewesen sein. Es war eine lange, sehr spannende, sehr ereignisreiche Off-Season, aber jetzt geht Football wieder los. Ab nächster Woche starten wir unsere Previews. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.